Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Ausgabe im Jahr 2023, unsere beliebte, hoffentlich beliebte, aber auch bei uns beliebte Weihnachtsfolge. Deswegen sind wir auch in großer Runde, schon lange nicht mehr in so einer großen Runde gewesen zu fünft, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe und ordentlich Glühwein ist am Start, deswegen erwartet kein journalistisches Meisterwerk heute, sondern eher so die, wie es auch die Jahrenstimmung gerade ist, so eine lockere Runde und was auch besonders ist, ich habe es nicht dahin getimt, aber es ist tatsächlich die 200. Folge, wenn man die 0. Folge mitberechnet, also 200 Folgen hat 1889 FM schon auf dem Buckel. Hände hoch, wer geglaubt hat, dass wir so lange durchhalten. Ja, der Michi, der am kürzesten dabei ist. Okay, dann begrüße ich auf jeden Fall Lukas, Floh, Michi, Philipp und mich selbst. Habe die Ehre, Leute. Servus, hi. Servus. Hallo. So, wir starten glaube ich erstmal in den Recap der letzten drei Spiele, wie gewohnt, bevor wir in den größeren Jahresbrück übergehen, aber ich habe mir auch schon aufgeschrieben, über den Abstieg möchte ich eigentlich nicht mehr groß reden, da haben wir in schon zwei Folgen glaube ich ausführlich drüber gestackt, außer irgendjemand hat noch neue Erkenntnisse, aber der Floh hat ja auch im Vorgespräch schon gesagt, er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir abgestiegen sind. Ich glaube, so geht es uns kollektiv. Ja, die letzten drei Spiele, ich hätte die Podcast-Folge, den Titel quasi schon vorgeschrieben, hätten wir gegen Unterhachen verloren oder unentschieden gespielt, da hätte ich gesagt, in die Winterpause geschleppt, aber eigentlich jetzt, ja, die Fanfaden, also wir sind eigentlich in die Winterpause jetzt unfassbar gut reingeschlittert und alles nur mit einer Halbzeit, die auf einmal unfassbar krassbar. Also es hat ja wirklich so ausgesehen, seit dem Viktoria-Köln-Spiel, dass wir daher, also ja, dass wir ins Ziel kriechen und dann reißen sie sich so nochmal zusammen und retten mit einer Halbzeit in drei Spielen, ja, die ganze Winterpause. Wer will anfangen? Ja, also ich habe ein bisschen gesagt, das Spiel in Unterhaching, wenn wir jetzt ein bisschen auf das Unterhaching, auf das letzte Spiel eingehen, war so ein bisschen das Jahrenjahr 2023 in 90 Minuten, die erste Halbzeit fuji, die zweite Halbzeit huji, also genauso wie ja das Jahr so verlaufen ist. Ich persönlich hätte es nach 45 Minuten nicht mehr gedacht, dass wir das Spiel noch drehen, aber Unterhaching hat sich ja dann irgendwie, Gott sei Dank, selbst geschlagen. Foul des Jahres? Selbst gefoult und damit auch wortwörtlich selbst geschlagen. Wenn du es noch ein bisschen konzentrierter ausspielst, dann glaube ich, gewinnst du nicht nur 2-1 da oben. Aber ich glaube, das war ein perfekter Abschluss dieses Jahres mit 2000 Jahren Fans im Rücken. Man hat es gemerkt, es hat die Mannschaft gepusht. Von daher würde ich sagen, verdient. Wer war im Fanblock? Philipp, wie war da die Stimmung? Ja, wirklich außerordentlich gut. Auch als der Jan hinten lag, tatsächlich hat man kaum gemerkt. Natürlich dann später in der zweiten Halbzeit ging es nochmal ein Stück besser. War wirklich, waren ja zwei Blöcke offen, wurde dann zweiter aufgemacht im Laufe der Zeit. Das war dann eigentlich auch eher der, wo sich der Kender-Szene verzammelt hat, aber mit zwei Vorsängern. Und wirklich hat gut geschallt bis unter das Dach hinein von der Gegend gerade. Und den Heimblock hast du halt gar nicht gehört. Die haben halt auch kein Dach. Und ja, ganz ehrlich, ich habe jemanden gehabt, der in meiner Gruppe gemeint hat, ja, relativ respektabel sogar, was die auf die Beine stellen. Aber es sah halt so maximal so aus wie beim Jan früher am Turm, was jetzt vielleicht für die Entwicklung von Dach in den letzten Jahren ganz okay ist. Aber wenn du siehst, welche Entwicklung der Jan genommen hat, also mittlerweile denke ich mir jetzt schon, wenn ich sowas sehe, wie wir früher am Turm aufgesehen haben, ungefähr vielleicht sogar mehr als das, denke ich mir ja, das ist schon wenig für die dritte Liga. Und die waren ja mal Bundesligist. Ja gut, das war aber auch noch 19. so eine Holzscheitle. Ich kann mich noch daran erinnern und so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber wirklich, war sehr gute Stimmung und ja, das Ergebnis tut natürlich sein Übriges. Ich habe mir auch gedacht, wir müssen uns noch in die Winterpause retten und jetzt muss man, wenn man auf die Ergebnisse schaut, fast sagen, die Pause kommt zum falschen Zeitpunkt. Das würde ich aber auch nur sagen, wenn ich auf die Ergebnisse schaue. Ich glaube, insgesamt tut uns die Pause ganz gut. Da möchte ich eigentlich gleich in meine Diskussion, habe ich gar nicht draufgeschrieben, übergehen. Leider schon wieder voraus, aber der Stichwort passt halt so perfekt. Wir machen ja tendenziell ein bisschen länger Pause als andere Schnittligisten. Ich habe es mir jetzt nicht durchgeschaut, aber in der zweiten Liga war es auf jeden Fall so, dass wir, glaube ich, immer zwei, drei Tage mehr Pause hatten als die anderen. Wir machen generell kein Trainingslager. Das wird jetzt in der dritten Liga ähnlich bei den meisten sein. Ich glaube nicht, dass da große Leute ins Trainingslager fliegen. Aber in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall sind wir immer schlechter aus der Winterpause zurückgekommen. Und man kann es ja vielleicht auch da herrühren, dass die Leute vielleicht ihr Trainingsprogramm, die sie mit ihrer Fitbit-Uhr machen sollen, dann nicht durchgezogen haben. Sehe ich aber jetzt bei der aktuellen Mannschaft kein Problem. Ich glaube, die sind da ehrgeizig genug. Aber glaubt ihr, dass wir diese Winterpause gut überstehen? Ja, würde ich schon sagen. Also erstmal kann man natürlich sagen, in den letzten zwei Jahren ist es vielleicht anders gewesen, was vielleicht auch andere Umstände hatte. Da will ich jetzt gar nicht den Einzelnen beschuldigen, sondern das war vielleicht auch Saisonentwicklung so, die gut gestartet immer wieder bergab gegangen. Ich glaube aber, dass man das überhaupt nicht so sehen kann dieses Jahr. Es sind auch ganz andere Typen da. Wir haben auch ein anderes Fitnesstrainer, ein ganz anderes Trainerteam, das das vielleicht auch steuern kann. Und deswegen bin ich da total guter Dinge. Und irgendwie wirken die Jungs auch sehr fit. Also das ist ja auch ein Zeichen jetzt dieses Jahr gewesen. In der ganzen Halbserie haben wir eigentlich immer hinten raus was zulegen können. Sei es doch Wechsel oder auch konditionell. Also die Jungs sind schon viel gegangen, viel Meter, haben viel gelaufen. Also da ist jeder gelaufen wie ein Duracellhase. Da würde ich gar keinen ausnehmen. Und deswegen glaube ich, dass wir es dieses Jahr nicht sehen werden. Ich lege mich fest. Ja, es ist ja auch vielleicht auch eine Charakterfrage. Ich kann mich an jemanden erinnern, der am Ende des Jahres auch die beste Leistung abgeliefert hat und dann kam er zurück mit drei, vier Kilo zu viel. Das kommt aber auch bei jeder Weihnachtsfolge. Naja, du musst. Grüße an Thali und die Weihnachtsgransen. Meinst du, beim Tonfunk passiert das auch, dass man auf der Kommentatoren-Tribüne dann hier mit ein paar Kilo zu viel zurück ist? Also ich komme ganz sicher mit fünf Kilo zu viel zurück. Das kann ich schon mal voraussagen. Aber es sind weniger, es sind weniger ganz mehr die Plätzchen bei mir, glaube ich. Zu der Diskussion, was du dieses Jahr zu Weihnachten isst, kommen wir noch. Ja, Lukas, du bist so still. Was ist so dein Resümee für die letzten Spiele? Also ich kann eigentlich nur nicken, zustimmen. Sowohl was du gesagt hast, also ich dachte auch nach den zwei Unentschieden, die wir da ja noch in der Nachspielzeit kassiert haben, boah, jetzt schleppen wir uns gerade noch so rein und dann auch die erste Halbzeit gegen Haching, 0 zu 1 hinten. Dachte ich schon, okay, jetzt wird es aber Zeit, dass die Winterpause kommt. Ist nach wie vor das Gleiche, aber wie du schon auch gesagt hast, durch eine Halbzeit dann wirklich nochmal diesen wirklich sehr positiven Abschluss geschaffen zu haben, ist schon einfach außerordentlich, muss man wirklich sagen. Und jetzt sollen sich die Jungs wirklich mal ausruhen, den Kopf frei bekommen. Ist einfach, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann ist ein turbulentes Fußballjahr auch vorbei und dann geht es in die neue Saison. Und da kann ich eigentlich dir nur zustimmen, Flo, weil ich glaube auch nicht, dass wir das sehen werden, dass wir aus der Winterpause da schlecht rausstarten. Warum auch? Also sehe ich im Moment keinen Punkt dafür, der dafür sprechen würde, dass wir nicht gut rausstarten. Kurze Werbeunterbrechung wieder für ein fettes Merci an unseren Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Ich möchte euch heute nicht nur darauf hinweisen, dass es natürlich ein super 1889 FM Angebot gibt. Wenn ihr dort einen Vertrag abschließt, ist ja jetzt Hochkonjunktur für Fitnessverträge. Und wenn man schon einen abschließt, dann will man doch vielleicht auch den besten Deal rausholen, wenn man eben beim Rebest Fitness Club sagt, man kommt von 1889 FM. Dann gibt es ein Jahntrikot mit Wunschflock oder zwei Sitzplatztickets für ein Heimspiel. Und der Adrian, der Inhaber vom Rebest, hat uns noch zwei Preise zur Verfügung gestellt. Die werden wir über Instagram verlosen. Da möchte ich gerne eure Neujahrsvorsätze hören oder lesen. Und das muss nicht unbedingt sportlich sein, das kann auch Jahrenbezug haben. Und unter allen Einsendern verlosen wir zum 1. Januar zweimal Zehnerkarte fürs Rebest mit 189 Euro Startguthaben, falls man sich anmelden möchte. Und einmal zwei Sitzplatzkarten für das erste Heimspiel 2024. Das ist ja bekanntlich in Werl. Also macht mit, schaut auf unseren Instagram-Kanal vorbei und wie ihr das Rebest Fitness Club erreicht, auch in den Shownotes zu finden oder unter jedem Beitrag in den Social Medien. Jetzt geht es weiter in der Folge. Ne, wir sind halt immer trotzdem immer noch eine sehr unglaublich junge Mannschaft, haben viele Widrigkeiten jetzt überstanden auch. Und so ein bisschen fehlt dieser, also keine Ahnung, es fehlt schon so ein bisschen diese Niederlage irgendwann, außer Sandhausen da. Das fehlt irgendwie noch im Lernprozess, weil selbst bei Viktoria Köln und in Saarbrücken haben sie es dann doch irgendwie immer noch zu dem Punkt geschafft. Ja, und ich meine, das Saarbrückenspiel war ja auch die erste Halbzeit wieder grottig, aber in der zweiten Halbzeit ein ansiedliches Spiel von beiden Seiten, kann man ihnen auch keinen Fehler machen. Deswegen wird es mich, also ich bin gespannt und ich hoffe, dass es erst sehr spät kommt, was passiert, wenn wir mal zwei Spiele am Stück verlieren, wie die dann damit umgehen. Weil ich meine, wenn man jetzt etwas negativ sehen möchte, was ist mit Rasin Bulic und Oskar Schönfäller gewesen, ja, hauen die sich dann auf die Fresse, wenn wir zweimal verlieren. Also ist dann auf einmal das Teamgefüge kaputt oder nicht? Genau, also ihr hat aber auch noch keiner, von euch hat noch keiner was gehört, was das ist. Vielleicht sollte man, wenn man jetzt, also die Weihnachtsfolge könnte man schon Boulevard-mäßig angehen. Jeder sagt jetzt mal, was er glaubt, was dieser Vorfall zwischen Bulic oder mit Bulic und Schönfäller war. Also ein lustigstes Ding darf einmal trinken. Entweder gesoffen oder geschlägert. Rasko Bulic würde ich beides zutrauen. Oskar Schönfäller, keines von beiden. Er wurde geschlägert. Also ich glaube, sie waren zu lang am Christkindmarkt von der Füße und haben irgendwie mit dem Christkind, gab es Fotos und deswegen, nein, das wäre ja schon in Regensburg-Boulevard-Medien gewesen. Gibt es das Wochenblatt noch? Ne, da ist ja der absolute Chef zur MZ. Oh, schade. Ja, schlecht für die MZ, gut für Regensburg, dass es das Wochenblatt nicht mehr gibt. Ja, die TVA, weil er so lacht da drüben, die hätten ja die Kamera dabei haben müssen, das geht halt dann nicht. Es fehlen noch zwei Theorien. Ich glaube ganz spießig, dass es vielleicht irgendwas zu spät kommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz was Ernstes war. Aber ich glaube schon, dass man da Prinzipien hat in dem Team, im Trainerteam auch und dass dann einfach jeder Verstoß schon geahndet wird. Und ich glaube, dass das dann die Denkzettelpause war dafür. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also die beiden sind ja aus Frankfurt so ganz ursprünglich und ich glaube, das sind die besten Kumpels. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gegeneinander was gab. Also ich glaube, dass sie miteinander irgendwelche Scheiße gebaut haben, in Anführungszeichen. Also glaube aber, dass das sehr relativ harmlos sein wird und uns in zwei Wochen nicht mehr interessieren wird. Das interessiert ja eigentlich nicht mehr, würde ja jetzt nicht mehr interessieren, weil ich mache ja das fast jetzt auf, weil sonst hat ja keiner mehr nachgefragt. Also ich muss mich da outen, ich bin total schlecht informiert. Bis vor zwei Sekunden wusste ich gar nicht, dass irgendwas passiert ist. Also kann ich jetzt da gar nichts dazu sagen. Also sie wurden beide aus dem Kader gestrichen. Es wurde erst im Nachhinein, glaube ich, wirklich mitgeteilt, dass überhaupt ein interner Vorfall war und näher wurde er nicht benannt. Und sie waren aber auch auf der Bank, aber standen halt nicht auf der Kaderliste. Und der Jan hat das wirklich so souverän gehandelt. Jeder hat dann fast noch gefragt, ja, warum sagt man überhaupt das, was gewesen war? Aber so schnell abgebügelt jede Nachfrage und ich glaube, dass die Winterpause da halt jetzt auch zum perfekten Zeitpunkt kommt. Wichtig war es noch, dass du das Spiel dann auch gewinnst. Ohne zwei schon, beziehungsweise einen Leistungsträger, Schönfelder, können wir nachher über Spieler reden, habe ich noch ein bisschen Hühnchen zu rupfen mit der Hinrunde. Aber grundsätzlich auf jeden Fall zwei Stammspieler, das kann man soweit sagen, dass du dann trotzdem das Spiel gewinnst. Das bestärkt dich ja dann in deinem konsequenten Vorgehen auch noch, weil wenn du ein Spiel verlierst, denken sie, hey, ohne sie geht nichts. Da bin ich voll bei dir. Also ich bin auch froh, dass wir langs gewonnen haben, weil wenn du natürlich so ein Zeichen setzt und dann verlierst, dann werden die sich eben auch denken, wie du schon sagst, ja, schaut ihr mal, ihr Pisser, ohne mich geht da gar nichts. Also meine Theorie ist, dass sie nach dem Saarbrückenspiel in Frankfurt am Banusviertel versumpft sind. Aber man hat keinen Dönerwurf gesehen, gehört. Vielleicht hatten sie einen Tag extra Urlaub und sind einfach einen Tag später aus diesem extra Urlaub zurück zusammen. Irgend so was. Ja, oder halt wirklich dann in der Früh zu spät aus dem Zapp raus und dann kommst du nicht mehr ins Training pünktlich. Ja, aber wenn wir dabei bleiben, das Spiel war am Samstag in Saarbrücken, bis die in Regensburg waren und dann am Sonntag... Kannst du ja Tag frei geben, stimmt eigentlich, ja. Also Tag frei, glaube ich, nicht. Also wenn dann, dass sie nach dem Saarbrückenspiel, wie sie in Regensburg waren, dass dann noch irgend... Also wenn sie wirklich, wenn sie wirklich gesoffen war, dass sie dann nach der Rückkehr von Saarbrücken nochmal Gas gegeben haben. Ich glaube, ich gewinne den Preis, glaube ich. Sie haben am Schafkoffen geschummelt, auf der Rückfahrt im Bus. Ja, aber die UNO-Straßenregeln... Der Mannschaftsrat hat sie bestraft. Die UNO... Auf die Regeln achten der Mannschaftsrat, um Andy Geipel und Bindesaller... Geipel und Diener mit 6-stündiger Krisensitzung bis spät im Nachhinein, wie sie jetzt damit umgehen und am Ende hat Geipel gesagt, ey, Joe, wir können die nicht spielen lassen. Auf jeden Fall, egal was sie gemacht haben, wir werden ihn verzeihen, weil wir werden sie noch brauchen und sie sind vor allem Larsimir, wie wir ihn so lieb nennen. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, wenn man sich einen Kern-Azi-Einkauf kriegt, wäre vielleicht auch Kern-Azi. Also jetzt wird es schon sehr boulewarm. Wie war das mit journalistischem Leckerbissen? Kriegen wir die Kurve noch? Weiß ich nicht. Also dann frage ich mal noch was ganz standardmäßiges. Ich hoffe, ihr habt euch Gedanken gemacht, weil ihr wusstet ja, dass die Frage kommt. Euer persönliches Jan-Highlight in dem Jahr? Also ich fange mal an. Du hast ja nicht so viele Spiele gesehen, da kannst du ja nicht so viel sagen. Genau. Ne, es war tatsächlich das Auswärtsspiel in Ingolstadt. Das nach zweimaligem Rückstand dann noch so zu drehen, dann auch das 4 zu 2 sehr überzeugend. Und auch, wenn man da einfach so den prall gefüllten Auswärtsblock sieht, das war einfach ein rundum gelungener Abend. Ja, das war so mein Highlight der HIN-Serie. Dann der Auswärtsfahrer, der Philipp muss ja bestimmt einige Highlights haben. Es muss eigentlich der Torjubel in Dresden gewesen sein, wo neben mir die komplette Pressetribüne eskaliert ist, wo man fast sein Wort nicht mehr verstanden hat. Und ja, wo halt Ballast dann schön in einer, was, Nachspielzeit? Ich glaube, das war die Nachspielzeit. Ja, 90 plus 3. Ja. Hier den Siegtreffer einschädelt. Ich habe mir sagen lassen, ich bin danach sogar quasi, meine Stimme ist auf TikTok. Ich selber bin nicht auf TikTok, aber meine Stimme ist auf TikTok, der YouTube, nee, der Tumpfung-Zusammenschnitt. Und ja, ich glaube, du hast auch so schnell wie noch nie Highlights hochgeladen von diesem Finish. Da kann ich eigentlich nichts anderes nennen. Das war schon ein sehr schöner Moment, weil auch, ja, du hast dich da so wenigstens reingekämpft gegen Ende des Spiels, aber du hast eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass du dieses Spiel noch gewinnst und damit auch wirklich diese Tabellenführung, ja, dir holst, beziehungsweise zementierst. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir im Zeitpunkt schon Tabellenführer waren. Ich glaube schon, ja. Ja, aber ich hatte noch ein Spiel weniger und dadurch waren wir es dann quasi auch virtuell. Wir waren es virtuell. Genau. Ich hätte gedacht, jetzt kommt Motorschaden in Saarbrücken. Das war eher, als wir dann doch noch in Saarbrücken angekommen sind, trotz Motorschaden, ja, aber das, wir sind dann noch ein paar Kilometer weitergefahren an dem Wochenende mit dem Auto und es hat alles geklappt. So. Schwierig. Ich glaube, so ein persönliches kleines Fan-Highlight war tatsächlich noch in der zweiten Liga die Sonderzugfahrt nach Sondhausen. Auch wenn der Funke von der Tribüne nicht auf den Platz übergesprungen ist, leider Gottes, und das sozusagen eigentlich unser Todesurteil in der zweiten Liga damals war, sportlich gesehen. Aber ich glaube, fantechnisch war das ein Wahnsinns-Tag. 20, 22 Stunden bis nach Sondhausen eigentlich eine Riesenparty gewartet. Da schaut der Philipp Löde bei, da wurden ihm seine Käse-Stullen geklaut. Das waren nicht die Käse-Stullen, das wäre nicht so schlimm gewesen. Wobei, da wurden auch Schnitzelsämmel, da wurden auch Essen geklaut, ja. Das war riesenfrech. Ja klar, also das, was da während des Spiels dann im Zug selbst vorgefallen ist, dass dann den Fans diverse Sachen geklaut wurden, ja, das ist der negative Beigeschmack. Aber ich glaube allgemein, diese Party, vor allem beim Hinfahren, jeder war euphorisiert und wir hauen die Sondhäuser heute weg an. Da gehst du da auf den Block und siehst das Spiel. Aber gut, und irgendwie sportlich tatsächlich, in dieser Runde, sag ich mal, war es tatsächlich der 2-0-Erfolg gegen den SSV Ulm, denn das war mein erster kommentierter Turmfunk-Sieg. Ich wurde schon sehr böse angeschaut, als ich gegen Ulm ins Stadion ging. Du bist aber auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt eingestiegen in den Turmfunk. Ja, und dann alle so, was machst du hier? Mit dir verlieren wir immer. Aber ja, es war so ein bisschen das Highlight, endlich kommentierter Sieg und war so ein bisschen auch die Fortsetzung dieses Erfolges in der Hinsäge. Ja, ich könnte jetzt auch ganz langweilig sagen, das 1-0 gegen 60, weil ich da auch im Stadion war, kommentiert habe und wie alle Jahn-Fans eskaliert bin. Aber das will ich eigentlich gar nicht sagen, sondern das, wo ich mir wirklich spontan gedacht hätte, als du mir die Frage gestellt hast, da ist mir dieser 2-1 gegen Duisburg in den Sinn gekommen, dieses 2-1 von Ganaus. Das war noch relativ früh in der Saison und das war einfach ein mega geiles Tor, weil er den Mai ins Leere geschickt hat und dann einfach reingeschoben hat. Und da habe ich mir gedacht, in dem Moment, Mensch, wir haben eigentlich eine ziemlich geile Truppe. Das war so die, also das habe ich mir schon vor allem manchmal ein paar Szenen gedacht, aber wir haben jetzt endlich mal ein Spiel gewonnen, nachdem der Start ja so schon gut war, aber halt nicht so überragend. Und da haben wir dann, ich glaube, da sind wir auch in die gute Richtung abgebogen. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, wo ich mir gedacht habe, die Truppe ist geil und das könnte was werden. Das ist Gutes. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg gerade. Wenn wir das auf Spielermomente noch ausweiten, dann hätte ich auch noch einen persönlichen Spielermoment. Und das war wirklich vielleicht etwas unerwartet. Totopokal in Franken, ich weiß nicht mal mehr, wie der Verein hieß. Unterbleichfeld? Unterbleichfeld, genau. Und dann auch in Personalunion, eigentlich ein bisschen später dann auch noch in Langweid. Vor allem in Unterbleichfeld aber, wo wir wirklich nicht gut ausgesehen haben am Anfang. Und gegen ja doch einen sehr unterklassigen Gegner uns arg bemühen mussten. Da hat ein Mann auf dem Platz so richtig das Heft in die Hand genommen. Ein paar andere Führungsspieler waren ja auch draußen. Und hat sich hinten den Ball geschaffen. Das ist einmal quer auf den Platz gelaufen. Also von rechts hinten nach links vorne. Conny Faber. Und ab dem Moment war ich spätestens, also er hat ja schon länger bei uns gespielt, aber ab dem Moment war ich diese Saison wirklich verliebt. Ich glaube, danach kam noch, ich glaube, danach kam erst das Fährspiel, wo ich dann auch noch sein Siegtor da, was ist das Siegtor? Ich glaube schon, kommentieren durfte. Und wie gesagt, in Langweid war es dann ähnlich. Also er hat da wirklich dieses an den Schritt geschafft für mich, dass er Verantwortung übernimmt. In solchen Spielen hat man es gesehen, dass er wirklich gerade mit so einer Mannschaft, mit ganz vielen neuen Spielern vorne weg geht, auch wenn es sein muss. Wenn halt Geipel gerade mal nicht am Feld ist. Und er hat einfach so viel Spaß, das ist wirklich kaum zu beschreiben. Als wir nach Dresden losgefahren sind mit dem Medienteam am Karlbachweg, da war die Mannschaft gerade, ist auch zusammengekommen, hat nochmal, glaube ich, ein bisschen trainiert, bevor sie dann halt auch fahren. Wir sind ja schon einen Tag früher losgefahren nach Dresden, am Samstag. Und da hat Conny Faber gesehen, dass da Menschen stehen, hat wahrscheinlich der eine oder andere Geschäftsstelle erkannt, hat das Fenster aufgemacht, rausgebrüllt, wäre fast aus dem Fenster gefallen. Also der Typ ist so eine Granate an Emotionalität, auch nach jedem Sieg. Der Handstand haben wir ja gesehen in Unterhaching. Also das ist für mich schon wirklich so der Hero dieses Jahr, weil er eben wie kein Zweiter eigentlich dafür steht, was wir für eine gute Stimmung haben. Also er verkörpert das halt. Und auch für den Einsatz, finde ich, den wir dieses Jahr zeigen. Da gibt es ganz viele andere, aber das ist so die Galleonsfigur. Und das ist für mich dann schon auch so ein persönliches Highlight dieses Jahr gewesen. Meine persönlichen Highlights, und jetzt wo du es sagst, sind auch Spieler. Also das haben alle mit Bene Salah zu tun. Mein Lieblings-Erzfeind, das Baby mit dem einen Augen gebrauen. Aber du hast es jetzt schon so schön gesagt, und das ist mir auch jetzt das ganze Jahr schon aufgefallen. Die Stimmung in diesem ganzen Verein ist wieder wie bei der Aufstiegssaison in der Regionalliga und dann in der Aufstiegssaison in der Drittliga und noch das erste, zweite Jahr, zweite Liga. Die Leute kennen dich, die Leute grüßen dich, die freuen sich, wenn die dich sehen. Sie sind wieder im Pressebereich und holen sich da ihren Kaffee. Das hätten die in der zweiten Liga auch alles machen können, ja, oder in den letzten zwei, drei Jahren. Aber da habe ich keinen von diesen Leuten gesehen. Da habe ich nur von hinten gesehen. Und wie sie alle heißen, ja. Niemand hat sich da in Scheißdreck für uns Ehrenamtler oder irgendwas interessiert, ja. Und das erdet dann wieder, ja. Also, wie du sagst, Faber freut sich immer, wenn er jemanden sieht. Und eben auch durch meine persönliche Historie jetzt, das ist eben meine persönliche Momente, waren eben Bene Sala von diesem Interview über, dass ich ihm auf der Raststätte mitgeteilt habe, dass ich seine gelb-rote Karte nicht sehr klug fand und dass es mir am Sack geht, dass er die ganze Zeit rumrutscht. Über, dass er zu ihrem Ingolstadt-Spiel auf mich zugelaufen kommt und sagt, ja, und was sagst du jetzt, Fischer? Also, genau das. Ja, Ziegele war im Pressebereich und hat mit uns gescherzt. Auch wenn er mich noch nicht persönlich kennt, aber er weiß, okay, er kommt da aus dem Dunstkreis und stellt sich dazu und macht den Witz, obwohl er nicht gespielt hat in Saarbrücken, ja. Und das ist dieses ganze Gefüge, das sind geile Leute. Und das hat man schon im Ansatz gemerkt bei dem Testspiel am Kaulbachweg, weil da waren sie einfach da, haben gegrüßt, waren locker, wussten, da sind welche, die irgendwie zum Verein gehören, denen bringen wir einfach mal per se Respekt drüber. Und das hat irgendwie auch die letzten drei Jahre in der 2. Liga komplett gefehlt. Und ich liebe dieses Feeling wieder. Und dass wir jetzt mit 100 Punkten Vorsprung dann auf Platz 1 stehen, ist das Sahnehäubchen. Aber dass diese Mannschaft wieder eine Einheit ist und mit der man sich persönlich identifizieren kann, mit denen ich auch notfalls vor diesen ganzen Grantlern, ja, nicht den Rücken stärke, sondern einfach mich hinstellen und sie verteidige. Das hätte ich mit der 2. Liga-Bandschaft keinen mehr in Schutz genommen. Auch nicht bei Salah und Farber, aber das haben sie sich jetzt wieder erarbeitet. Apropos Bele Salah. Ist ja der Wahnsinn. Achim Bayer-Lorzer arbeitet ja tatsächlich als Sportdirektor. Ist auch sehr ungewohnt. Und einige Vertragsverlängerungen, der Philipp will was dazu sagen, habe ich gehört. Ja gut, Bene Salah hast du angesprochen. Ist, glaube ich, ein wichtiges Signal da. Einfach, ja, auch als Kapitän, wollte ich gerade sagen, aber das ist ja Andy Geipel, oder? Ja. Aber als Mitglied des Mannschaftsrat, als Führungsspieler, als, ja, werdende, ja, Negende. Jetzt, glaube ich, langsam, wirklich in dem Moment, wo du sagst, er will irgendwie hoch auf die Wand. Jetzt wird er seine Karriere, glaube ich, überenden mit dem Vertrag. Also, sieht für mich zumindest so aus. Und, äh, noch wichtigeres Signal sogar, unser Trainer Joe Enox hat ja auch verlängert. Und, ja, ich hoffe, deswegen wollte ich dazu was sagen, äh, dass da noch ein paar Verlängerungen folgen. Ich habe mir da vor allem zwei Namen rausgeschrieben. Das ist Meisterstück, wäre natürlich Faber. Das wissen wir alle. Und das ist auch das, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Deswegen sage ich ja Meisterstück. Also, das ist wirklich, wenn er das hinbekommt, dann, äh, bin ich, äh, restlos überzeugt, sage ich mal, von Achim Beilotzers Managerfähigkeiten. Wo ich am Anfang wirklich sehr viel Zweifel hatte, wo mittlerweile wenig Zweifel übrig sind. Aber das wäre jetzt noch so ein Schritt, äh, ja, auch was sein Keller oft nicht geschafft hat. Spieler, die bei uns eine gute Hinserie hinlegen oder im letzten Vertragsjahr, äh, Leistung zeigen, irgendwie noch zu halten. Oder vielleicht auch mal, ja, den nötigen Euro dafür zu investieren. Das ist halt immer die Frage, was das dann kostet. Ein anderer Spieler, der, dass er eigentlich noch ein Jahr Vertrag hat bis 2025, habe ich mir auch aufgeschrieben, den ich gerne eigentlich nochmal einen neuen Vertrag geben würde, wenn ich jetzt hier Fußballmanager spielen würde. Äh, das wäre Dominik Cota, weil der hat mit seinen 13 Scorer-Punkten, glaube ich, schon sehr auf sich aufmerksam gemacht. Und auch noch sehr, sehr jung ist und uns, glaube ich, sonst im Sommer verlässt. Also, das ist es auch wieder aus Fußballmanager-Sicht, aber wenn ich den nicht verlängern kann, dann würde ich den im Sommer fast hergeben, wenn das Angebot kommt, weil für den kriegst du, glaube ich, Geld. Und kannst dir dann vielleicht den nächsten Jungen holen, der sich hoffentlich genauso entwickelt. Aber ich würde jetzt nicht wieder so einen, äh, Stolze haben, den du dann, mit dem du ins letzte Vertragsjahr gehst. Du weißt nicht, ob er wieder so gut ist im letzten Vertragsjahr, war Stolz meiner Meinung nach auch nicht. In seinem letzten Jahr bei uns. Und dann geht er ablösefrei und, ja, endet irgendwann bei Sandhausen. Naja, aber wenn du Fußballmanager spielst, dann musst du ja auch Szenarien aufmachen. Wenn wir nicht aufsteigen, musst du die Mannschaft bei allem, was bleibt, zusammenhalten, damit die den Chance haben, zusammen aufzusteigen. Und in der zweiten Liga ist ja auch unser Gehalt, Möglichkeiten auch größer. Also, die jungen Wilden, gehe ich jetzt 100 Prozent davon aus, werden die Saison abwarten, was passiert. Und auch der Verein wird, glaube ich, abwarten. Ich denke mal, dass noch die Bräunig-Klausel gezogen wird, relativ bald. Das ist auch wichtig, ja. Ja, und dann wird halt die Frage sein, wird Bayer Lorzer diese Geschichte von Christian Keller weiterführen, dass jeder in der Gehaltsspanne verdient und keiner einen Ausreißer hat? Oder werden wir sehen, dass es zwei, drei Top-Verdiener gibt, für die man halt dann auch mal sagt, ich verdiene dann halt mal das Doppelte wieder, wenigstens in der Kabine. Damit müssen die Leute in der Kabine auch mal umgehen können. Ich wirf mal das Ding in den Raum, wenn wir aufsteigen, bleibt Conny Vauer. Wenn wir in der dritten Liga bleiben, braucht es mehr Überzeugungsarbeit. Aber ich glaube, wenn wir aufsteigen, fällt es leichter, ihn in Regensburg zu halten. Klar, fällt leichter, aber es ist halt die Frage, wann entscheidet sich sowas? Ja, weil ich meine, der wird ab April oder ab März die Angebote reinflattern bekommen. Und wenn wir da noch nicht mit zwölf Punkten irgendwie vorne sind, dann wird er sich auch überlegen, gehe ich das Risiko ein, dass die, weiß ich nicht, dass dann Mainz weg ist oder so? Deswegen schwierig, schwierig. Also das ist wirklich, wie du sagst, das ist dann das Meisterstück. Egal, wann er ihn verlängert, es ist das Meisterstück am Ende. Und bevor wir weiter wild über die Spieler gehen, das können wir ja dann eingehen, würde ich gerne mal die Kaderanalyse machen wieder. Ich glaube, es lohnt sich nach, was sind es jetzt, 19 Spieltage? 20 schon. Genau. Machen wir relativ selten, aber jetzt haben wir es mal wieder ausgepackt und erleichtert mir auch so ein bisschen die Sendungsvorbereitung immer. Tor ist klar, Gebhardt, Weidinger, Cook. Von Cook hat man noch gar nichts gesehen, außer in dem Protopokalspiel. Und ich meine, ich denke, ja, Weidinger muss man nicht so viel sagen. Super, also es gibt wahrscheinlich aus unserer Position keinen besseren zweiten Torhüter. Der liebt den Verein, der lebt den Verein. Wenn er reingeschmissen wird, hat er seine Leistung gezeigt. Auch wenn man Gebhardt lieber um sechs Uhr in der Früh zurückfliegt, als den Weidinger spielen zu lassen. Aber Gebhardt ist halt einfach trotzdem eine andere Hausnummer. Da kommt man halt einfach gerade im Moment nicht vorbei. Aber habt ihr geglaubt, dass der Gebhardt, ich meine, es hat sich vielleicht abgezeichnet oder von seiner Vita her, aber dass der so performt, hat das irgendjemand so erwartet? Zunächst muss man mal sagen, dass Abwehr auch relativ leicht macht. Wir haben einfach auch eine gute Abwehr. Ja, aber er musste zum Beispiel bei diesen knappen Siegen, musste er immer irgendeine hundertprozentige rausholen. Und so hätten wir es nicht gewonnen. Er hat schon einige Punkte uns auch mit seinen Paraden gesichert. Vor allem, wenn er in der ersten Saison hilft. Das will ich jetzt eine Abrede stellen. Im ersten Viertel. Ich habe mir gedacht, wo wir den verpflichtet haben, das ist echt saukool, dass wir den bekommen haben, weil der war ja letzte Saison schon recht gut bei Halle. Und ich hatte es eigentlich fast gewundert, dass wir so einen namhaften dann auch verpflichten können, fest sogar. Insofern hatte ich schon heimliche Hoffnungen, aber dass er sich dann so empuppt, hätte ich nicht gedacht. Und er hat alles bestätigt, was er drin hat. Bei dem muss man halt auch aufpassen, dass er nicht dann irgendwelche Abitionen kriegt. Das ist ja der Nächste. Der hat aber zum Glück, bist du ja genau. Weil er ist ja... Zum Glück haben wir den länger. Genau, immerhin. Aber er ist ja halt auch einfach ein sehr junger Torwart noch. Und deutsche junge Torhüter sind dann ziemlich schnell weg. Also den immerhin 26. Finde ich gut. Immerhin kriegt man zwei Wurstsemmeln, wenn er weggeht. Was man da halt dazu sagen muss, generell bei allen Spielern und Verlängerungen weißt du halt nie, wie es mit Klauseln ist. Gerade Geppert, der ja schon eigentlich ein junges Talent war, dann ausgehend nach Halle da gut war, wo sich dann jeder gewundert hat, warum geben die Schweizer den jetzt hier quasi für, glaube ich, fast umsonst oder für umsonst an uns ab. Kann ja gut sein, dass der eventuell eine Klausel hat, dass er für wenig Geld zurück in die Schweiz kann. Wäre jetzt ungut für uns, aber ja, will ich immer spaßen. Dann eigentlich unser Prunkstück, die Innenverteidigung. Am Anfang hieß es, die Taktik, die Bayer-Lorzer beschrieben hat und Endox-Bahn, wir wollen quasi aus der erfahrenen Abwehr hinaus Sicherheit schaffen, um vorne den Leuten die Freiheit zu geben, ihre Konter oder ihre Angriffe zu fahren. Und ich fand, am Anfang hat es halt nicht so ausgesehen, als würde es aufgehen. Ich fand Ballas sehr behäbig am Anfang der Saison. Bittroff, halbinvalide gefühlt, ja. Aber als er reingekommen ist, hat er seine Leistung gemacht. Aber das war so meine Meinung, bevor sie so richtig gespielt haben. Und Ballas eben, weiß ich nicht, hat auch echt lange gebraucht, um reinzukommen. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt, aber in Julis Twen übrigens danke für immer für deine Kader-Updates. Erleichtert mir auch das Leben. Bräunig war zumindest hier auf diesem Sheet als Linker eingeplant, haben wir dann in die Innenverteidigung gezogen und haben dann eben, egal wer dann spielt, so ab Spieltag 5, 6, 7 oder eher ab dem Saarbrückenspiel vielleicht auch am Sandhausen, Entschuldigung, nach der Sandhausen-Niederlage. Egal wie du da reingeschmissen hast, das hat dann irgendwie funktioniert. Und das ist ja, also dafür, dass die noch nie richtig zusammengespielt haben, ist es sehr, sehr erstaunlich, oder Lukas? Ja, total. Also ich kann leider wieder nur zustimmen. Was heißt leider? Sag doch mal was gegen mich. Ich kann da nichts dagegen sagen. Vielleicht nochmal kurz zu ballern. Aber du bist ja näher an Bräunig dran als wir. Also hättest du das geschafft, mit 19 quasi so routiniert diese Leistung abzuliefern? Jetzt habe ich gerade überlegt, wie du die Überleitungen schaffst. Nee, hätte ich nicht. Ich habe aber auch nur B-Klasse ganz unten irgendwo gespielt. Also bei mir ging es um nichts. Vielleicht noch ganz kurz zu Ballers. Ich glaube, Ballers ist auch eine richtig positive Entwicklung. Der hatte, glaube ich, den schlechtesten Start da. Ich erinnere mich da an dieses 1-zu-1-Gegentor gegen Unterachin, glaube ich, im ersten Spiel, wo es so ein bisschen Missverständnis gab und er dann auch ein bisschen zu langsam war. Und da war dann schon eigentlich so, okay, langsamer Innenverteidiger, oje, oje. Ja, wie du schon gesagt hast, spätestens mit dem Siegtor gegen Dresden ist das eigentlich komplett verflogen und auch mittlerweile eine feste Stütze da in der Innenverteidigung. Und ja, das ist, wie du es auch gesagt hast, Robert, das wahrscheinlich das Prunkstück, aus dem wir so sicher heraus agieren können. Und ja, wahrscheinlich einer, wenn nicht sogar der größte Schlüssel zum Erfolg. Und die Innenverteidigung ist ja so gut, dass wir nicht mal geschafft haben, Wurm mal kurz einzubauen, weil eben alle anderen sich auch ihre Einsätze verdient haben und Wurm wahrscheinlich eher erstmal ausgeprobiert worden wäre, wenn es wirklich zwei Komplettausfälle gegeben hätte. Und ich glaube, das spricht für Louis Bräunig, wenn du einen 19-Jährigen als Stammspieler hast und ihr Bittroff, Ballers und Ziegele die Tauschspieler sind, die sich ihre Einsatzzeiten erarbeiten müssen. Klar, Bräunig muss sich die Einsatzzeiten auch erarbeiten, aber ich hätte es mir am Anfang der Saison nicht gedacht, dass Louis Bräunig der gesetzte Mann ist in der Innenverteidigung. Aber das hat er sich verdient über die letzten Spiele. Wahnsinnsleistungen, die er da abruft. Und ich persönlich hoffe, dass Achim Beierlerzer sehr gute Worte beim 1. FC Nürnberg findet und wir uns den etwas länger binden könnten. Ja, die brauchen ihn noch gar nicht. Wie gesagt, wir haben ja eine Klausel, das ist bekannt. Achim Beierlerzer meint, die ist auf jeden Fall erschwinglich. Das ist jetzt immer die Frage, wie meint er das? Meint er das, wenn wir aufsteigen? Aber damals war es vor dem 1. Spiel. Damals hat noch niemand von Aufstieg geredet. Also eigentlich müssen wir den auch in der 3. Liga leisten können, die Klausel. Von dem her gehe ich fest davon aus, dass Bräunig auch nächstes Jahr bei uns spielen wird. Ist für mich tatsächlich auch Spieler der Hinrunde. Ich nehme jetzt mal dieses Spiel mit Reining in die Hinrunde noch. Dieses eine zusätzliche, was wir jetzt hatten mit Haching. Aber wie du gesagt hast, er hat sich wirklich da festgespielt. Alle anderen außenrum müssen um den zweiten Platz eigentlich neben ihm da kämpfen. Ich finde generell, der Kader, der wurde nicht so geplant, wie er jetzt am Ende gespielt hat. Das ist, glaube ich, auch nie so. Wir hatten da sicher auf der einen oder anderen Position vielleicht auch Glück, beziehungsweise es sind halt viele Sachen aufgegangen. Manche aber auch nicht. Zum Beispiel, glaube ich, war es nicht von Anfang an der Plan, dass fast jedes Spiel Geipel neben Bullic spielt. Ich glaube, ich auf keinen Fall. Ich glaube sogar, dass eigentlich Feed eher so als Achter geplant war und dann eben Geipel als Sechser. Das war zumindest meine Idee vor der Saison. Bullic hat da halt überzeugt. Also das ist Wahnsinn. Der kommt von der zweiten Mannschaft von Mainz. Hat, glaube ich, hier nicht... Ja, vielleicht hat er sich selber gedacht, aber viele haben ihm nicht zugetraut, dass er hier Stammspieler wird. Dann haben wir links hinten, wo, glaube ich, Brian Hain eigentlich als Stammlösung geplant wäre. Er war und Bräunig so als Backup. Dann wurde da umgebaut, wirklich überragend umgebaut. Bene Saller, großen Respekt. Ich meine, er kann mit links immer noch nicht wirklich flanken. Kann man ihm auch nicht vorwerfen, weil er ist halt einfach rechtslos. Wobei, da kamen auch ein paar an von den Flanken, muss man auch sagen. Also so schlecht sind sie auch nicht. Und ja, Hain sieht man jetzt ein paar Mal, wenn er eingewechselt wird, vor allem ihr Offensiv. Wenn wir führen, kann man halt sowohl vorne mal ein paar Meter machen, aber vor allem dann hinten auch ein bisschen mitverteidigen. Das, finde ich, macht er sehr gut. Also hat sich da jetzt auch wieder ein bisschen rangekämpft, zumindest an die Einmix-Spieler. War ja auch verletzt zwischenzeitlich. Ja, und als Innenverteidigung waren ziemlich sicher Bittruf und Ballers und vielleicht Siegilde geplant. Und diese Bräuniglösung ist halt jetzt wirklich ein Geschenk des Himmels, dass wir jetzt einen Stammspieler haben mit 19, der sich in jeden Ball reinwirft, der auch fast noch dieses Last-Minute-Siegtor gegen, äh, Ausgleich gegen Viktoria Köln, ja, hätte sich auch fast noch reingeworfen. Das heißt immer, wir haben so viel Glück, weil immer einer von uns dazwischen springt, aber es ist ja Absicht. Es klappt nicht immer, gegen Köln hat es nicht geklappt. Ja, wenn du es dreimal nicht verteidigst. Genau. Und trotzdem ist dann immer noch einer da, der dann knapp verpasst, weil er sich eigentlich irgendwie in den Schuss werfen will, nicht nur Bräunig. Und das ist wirklich, die Mannschaftsleistung ist überragend, aber die Kaderplanung war schon auch wirklich gut. Und auch in der Offensive, Hottmann ist leider verletzt. Hut hat nicht so richtig funktioniert am Anfang, aber immer wieder mal aufblitzen lassen. Und Garno ist jetzt die letzten vier... Philipp macht jetzt die Kaderanalyse alleine. Entschuldige, ich wollte jetzt gerade meine Punkte anbringen, deswegen mache ich jetzt durch. Nee, das schwimmende Thema spare ich noch aus, aber Garno wollte ich wirklich noch gesagt haben. In vier Spielen fünf Tore, so klammheimlich gemacht. Also wir haben auf einmal einen Nummer-Einstimmer vorne drin. Auch nach der Winterpause, glaube ich, wenn jetzt nichts passiert in der Winterpause. Ja gut, das war dann die Folge von 88. Wenn ich Lust bin, kann man mich nicht stoppen. Also ich glaube, im Sturm muss ja was passieren. Also allein schon aufgrund der Hotman-Verletzung. Das war ja auch immer wieder so das Thema, wenn man zum Beispiel mal im Pressekonferenzraum war, vor oder nach den Spielen. Oder man hört dann natürlich auch immer so, vielleicht ein bisschen aus Fansicht, ja, wenn wir jetzt nur einen hätten, der dir, sage ich mal in Anführungszeichen, so, keine Ahnung, sieben bis zehn Tore garantieren würde, in Anführungszeichen. Ja, vielleicht passiert da noch was im Sturm. Hotman, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange die Ausfallzeit ist, aber wird sicherlich einige... Ich glaube, die Saison ist auch raus. Ja, gut, dann hast du es eh schon beantwortet. Also insofern, ja. Aber auch wie du gesagt hast, Ganaus klammheimlich in den letzten fünf Spielen vier Tore. Mach's rum. Vier Spiele, fünf. Vier Spiele, genau. Hätte ja sogar noch eins machen können, da das 3-1 in Haching. Ja, schauen wir mal, wo es... Nächste Woche heißt es dann, ihr wechselt zu Vereinigts-Y-Lern. 200.000 oder so. Das war echt spannend. Das war nicht nur gegen Haching, auch gegen Saarbrücken, hat er aber euch 200%ig ausgelassen. Also bist dann immer noch böse, dass er die nicht macht und scherzt so ungefähr. Ja, der Ganaus, der trifft das leere Tore nicht so ungefähr. Aber wie gesagt, also der Lauf ist überragend. Er spielt halt noch sehr eigensinnig, sieht oftmals auch den besser postierten Nebenmann nicht, aber natürlich die Quote der letzten Spiele. Ohne ihn hätten wir jetzt keine 5 Punkte aus 3 Spielen geholt und würden jetzt nicht ganz anders hier reden, weil wahrscheinlich kurz vor der Panik, dass wir auf dem Regulationsplatz landen. Und das ist ja auch irgendwie erstaunlich in dieser ganzen Mannschaft. Jeden platzt mal zu unterschiedlichen Zeiten den Knoten und auch irgendwie Feed, also der ist wochenlang untergetaucht, war trotzdem immer in das Startelf und dann schießt er gegen Halle dieses Ding aus 40 Metern in den Winkel rein und taucht dann wieder unter, so gefühlt. Aber da hat er die 3 Punkte eingesackt. Und so kann man das, glaube ich, durchgehen. Jeder hatte mal auch seine krassen Momente, die dann oft auch zum Sieg führen. Achim Eilorz hat jetzt im MZ-Interview eben gesagt, er muss drüber nachdenken, einen Ersatz für Diawusi und Erik Hottmann einzukaufen. Ob es dann passiert, ist die andere Frage. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man halt auf diesen Positionen den Jugendspielern noch nicht so viel zutraut. Weil ich meine, auf der linken Seite gibt es auch nur Cota, weil Eichinger ja auch noch nicht so performt, wie man es sich erhofft hat. Der war auch lange verletzt. Aber man sieht mit Jonas Bauer, man hat da jemanden auf der 2. oder 3. Position, weil du hast ja auch gesagt, Brian Hain kann man vorschieben, dem er es absolut zutraut, 20, 30 Minuten in der 3. Liga zu bestehen. Und ich glaube, auf der rechten Seite ist es nicht so. Ja, Schönfelder eben eh nicht der Überperformer dieser Saison immer noch, obwohl er es drauf hätte. Diawusi ist nicht mehr da. Und Graf als, ja, der Jugendspieler, der dort auf Platz 3 ist, performt auch noch nicht so. Der hat viele Minuten bekommen, hat keinen kapitalen Bock oder so gemacht, aber man traut sich ihm vielleicht, glaube ich, nicht so zu. Deswegen überlegt man da eher. Und vorne ist ihm das Gleiche. Calvin Onoikwe hat auch einen Profi-Vertrag bekommen, hat aber auch noch, ich glaube, nur ganz einmal, vier Minuten. Vier Minuten. Vier. Ja. Ja, das ist halt immer, finde ich, auch jetzt eine schwierige Frage. Stichwort Profi-Vertrag für die Jungs. Ich glaube nicht, dass das jetzt für uns Fans ein Zeichen ist, dass die jetzt spielen werden in der 3. Liga unbedingt. Die sollen einen Profi-Vertrag kriegen, einfach um sich, vielleicht auch längerfristig mal zu beweisen, um sich reinzubeißen. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass die automatisch einen festen Kaderplatz haben, finde ich. Also das darf man dazu überbewerten. Ich sehe das schon wie Bayer-Lords. Also man muss eigentlich jetzt natürlich schon das Ziel haben, einfach ab dem ersten Spieltag wieder den ersten Platz zu verteidigen. Und ich glaube, dass man da schon auch zwei Leute holen müsste, um auch ein Zeichen zu setzen. Also einen auf jeden Fall. Ich will nochmal kurz Jonas Bauer mit einbeziehen. Ich glaube, das war ein großes Zeichen, wenn du in einem absoluten Top-Spiel in Dresden, man hat gemerkt, Dresden drückt uns Vollgas hinten rein und dann wechselst du Jonas Bauer ein als Jugendspieler. Ich bin da, ich habe erstmal, wer ist die Nummer 25, der da unten rumläuft? Thomas Müller. Wer hat eigentlich blöd gesagt, das 1 zu 0 eingeleitet? Jonas Bauer, der hat sich den Ball gekämpft. Und ja, dieses Handspiel in Saarbrücken, das hätte Andy Geibel auch passieren können. Das hätte jedem passieren können, so lässt er sich da die Arme abschneiden. Also von dem her, er macht für mich einen sehr positiven ersten Eindruck in diesem Kader. Auch das Spiel gegen Augsburg war sehr gut. Das Spiel gegen Augsburg war der beste. Das war der Grund, warum er gegen Dresden eingenommen wurde. Und ja, wie du gesagt hast, also er war maßlich und Tor beteiligt generell. Also deswegen war das halt auch mein persönlicher Moment oder nochmal so schön. Man hat es schön gesehen von der Presse. An diesem Tor waren vier eingewechselte Personen beteiligt. Also sowohl Brian Hain als auch Jonas Bauer, die das Ganze mehr oder weniger zusammen rausgeholt haben. Also Bauer spielt den Pass in die Mitte. Hain kriegt den Ball nicht aufs Tor, aber wird dann geblockt zur Ecke. Die Ecke wird getreten von Eisenhut, ebenfalls eingewechselt, und verwandelt von Ballers, ebenfalls eingewechselt. Also das war wirklich Joe Enox Wechselmaster, klar. Das ist ja sowieso unser kleines Erfolgsgeheimnis, diese Hinserie. Und die Einwechslspieler, die Joker stechen. Und das ist sehr gut sogar. Ja, und auch oft halt die Systemumstellung. Ich meine, ich habe glaube ich schon in drei Podcasts gefragt, liegt daran, dass wir uns so scheiße auf die Gegner vorbereiten. Oder, dass halt Joe Enox einfach sagt, okay, wir spielen mit einem Standardplan, schauen uns das 20 Minuten an, und dann stellen wir um. Je nachdem. Habe ich tatsächlich auch gerade aufgeschrieben, was eure Ansicht ist, Spielsystem. Erste Halbzeit unter Aachen, 4-2-3-1, offensiv, bis auf den Kopfball von Krille, oder wie auch von Christophie, Mauer, dann stellst du um, 4-2, und dominierst eigentlich die komplette zweite Halbzeit. Gegen keinen so schlechten Gegner. Also, für mich, Joe Enox hat in der PK vor dem Spiel gesagt, die Winterpause wird jetzt auch genutzt, um eine weitere Spielordnung einzustudieren, einzuüben. Für mich die Frage, einfach mal zu riskieren gegen Ferdl jetzt, oder jetzt in den ersten und in den beiden Testspielen doch wieder mal standardmäßig auf 4-4-2 umzustellen. Also ich glaube tatsächlich, also erstens lag ziemlich sicher nicht nur daran, dass wir mit zwei Stimmen gespielt haben, dass wir in der zweiten Halbzeit dann das Spiel gedreht haben. Und ich glaube, also es gab mehr Sachen, eben in der Halbzeit. Es gab, glaube ich, wirklich da eine Ansprache. Gut, es kam die Aussage in der Pressekonferenz. Es gab nicht viel Ansprache, weil die Hachinger haben das quasi alleinerlegt, indem sie so großkrotz immer wieder waren. Es war so dieser Voicebook 2-Relegationsmoment, wenn die schon feiern quasi zur Halbzeit oder nach der Hälfte der zu spielenden Zeit. Und dann motiviert die sich gleich nochmal mehr. Aber ich glaube eben, es hat auch in vielen anderen Dingen gegeben. Und wenn du nicht hinten liegst zur Halbzeit in den Hachingen, hättest du wahrscheinlich auch gar nicht umgestellt. Also ich glaube nicht, dass das alleine, so eine Dosenöffnung ist, aber du hast ja gesehen, wie Hachingen teilweise verteidigt hat, irgendwie mit gefühlt acht Mann. War definitiv die richtige Taktik. Brauchen wir auch, glaube ich, in unserem Schweizer Taschenmesser, sage ich mal. Finde ich gut, wenn wir da auch ein bisschen in der Winterpause drauf trainieren. Aber ich glaube nicht, dass wir eine neue Kernformation haben. Ich glaube, die wird wahrscheinlich, auch allein vom Spielermaterial, wir haben nicht so viele Stimme, dass wir jetzt jedes Spiel zwei starten können und auch noch was auf der Bank haben, dass wir reinwerfen können, wenn die beiden heute keinen guten Tag haben. Deswegen glaube ich, dass wir da schon bei dem Bleiben, was wir haben grundsätzlich. Dreierkette incoming. Man muss ja vielleicht auch sagen, das 4-4-2 hat auch nur funktioniert, weil Bullich nicht dabei ist, weil wenn Bullich dabei ist, kannst du kein 4-4-2 spielen, weil du dann keinen hast, der irgendwo den Achter macht. Also dann hast du ein Riesenloch im offensiven Mittelfeld. Wir haben es versucht, genau, also unser geschätzter Kollege, der Maxi Eichlanger, hat das mal gut analysiert. Ich weiß aber nicht, bei welchem Spiel. Da haben wir dann Bullich in die Achter-10er-Rolle gedrängt und der hat den Halbraum dann hinter besetzt. Aber ansonsten haben wir ja von dem Spielermaterial, wäre schon geil 4-4-2. Ich meine, du hast halt super starke Außen auf beiden Seiten eigentlich. Also du könntest halt Faber zum Beispiel vorziehen, also, deine Schönfelder-Kritik sehe ich schon, aber ich meine, der Faber überläuft ja auch, Berak hat ja auch die rechte Seite. Du hast zwei starke Seiten. Du hast dann zwei unterschiedliche Stürmertypen, das ja auch immer super ist für 4-4-2. Also Hut und Ganaus können nicht unterschiedlicher sein. Aber da fehlt halt irgendwas in der Mitte. Deswegen bräucherst du irgendwie, dann bräucherst du halt Feed und Geipel oder so. Und dann haben wir aber oft dieses Ding, dass wir dann so Trottel-Gegentore bekommen, wenn eben Geipel und Pulic nicht spielen, weil dann wiederum der Raum vor der Innenverteidigung so groß ist. Wäre Fußball ein Spiel mit zwölf Spielern, wären wir viel besser mit dem aktuellen Kader. Weil man es hier so sieht, also ich meine, es war eigentlich als Zehner, hätten wir uns als Fans oder der Julist-Fan gedacht, Ansbach und Schmidt. Die haben überhaupt doch keinen Stich gesehen. Ansbach jetzt wieder die letzten zwei Spiele, glaube ich, war da drin. Ja, der hatte sich halt leider verletzt. Genau. Schmidt ist natürlich irgendwo als Youngster auch noch nicht so weit. Aber wenn Ansbach eben jetzt auch fit ist, wieder eine Option mehr. Absolut. Hat der auch Minuten gekriegt. Ich hatte auch nicht gedacht vor der Saison, dass wir mit Feed auf die Zehn gehen, weil ich hatte das wirklich so abgespeichert. Der ist defensiv im Hümbelfeld, vielleicht sogar Rechtsverteidiger. Optional war er in der Vergangenheit. Also das hat mich eigentlich überrascht, aber seine Rolle scheint recht wichtig zu sein in unserem System oder hat es über weite Strecken in der Hinrunde war es einfach wichtig. Und auch wenn er sein Durchhänger hatte, was er gespielt hat. Also man muss sich schon die Scorer-Punkte mal anschauen. Da ist er, glaube ich, zweiter oder drittbester bei uns. Auch viele Vorlagen. Also er ist schon auch trotz seines Alters, also er noch recht jung ist, total wichtig für unser Spiel und er ist da einfach unverzichtbar geworden. Gefällt mir ganz gut. Und wenn ich noch eins sagen darf, Geipel haben wir noch nicht geredet. Also dem seine Rolle, da war ich vor der Saison auch skeptisch, was der eigentlich bei uns spielen soll, aber der hat mich eigentlich auch rechtlich überzeugt, weil der wirklich Stabilitätsfaktor bei uns in der divisiven Mittelfeld ist und zusammen mit Bullic eigentlich sich sehr, sehr gut ergänzt. Das hat mich überrascht, wie gut das hingehauen hat über weite Strecken. Ich war mir halt nicht sicher, ob Geipel quasi diesen Bock auf diese Mission in dem Alter, nachdem er quasi in Heidenheim finanziell satt geworden ist, ob du dich da noch motivieren kannst. Weißt du schon, weil Geipel ist halt jemand, der haut dich wieder Materazierung oder so und wenn dieses, wenn das Feuer nicht da ist, dann ist er wahrscheinlich ein sauschlechter Spieler, ja, aber er hat sich tausendprozentig dieser Mission verschrieben, Chapeau dazu, dass du, dass du dich das noch, ja, dass du das noch im Kreuz hast, ja, nach eben dieser Geschichte und das ist sein letzter Vertrag oder so, kann man ja auch auspimmeln, ja, und das macht er nicht, er kämpft jeden Meter, er ackert so, als wäre er noch 25, ähm, geil, ja, wirklich geil, ähm, kann man nur seinen Hut ziehen davor. Also ich habe auch gezweifelt, äh, nach den Testspielen, ich habe Geipel tatsächlich nicht mehr in der Startelf gesehen, weil mich da Bullic und Vieth mehr überzeugt haben zu dem Zeitpunkt. Bin sehr froh, dass der Trainer das anders gesehen hat, weil Geipel hilft uns auf dem Spielfeld ungemein, auch mit seiner Erfahrung, aber ich glaube, er hilft uns halt auch abseits des Spielfelds brutal, gerade mit so einer jungen Mannschaft, gerade in so einer Liga und vor allem gerade auch in der jetzigen Lage. Der Mann kann Aufstieg, das klingt jetzt richtig blöd, aber das habe ich sogar vor der Saison schon gesagt, der ist schon allein in seiner Profikarriere, die wir miterlebt haben, jetzt zumindest, ich weiß nicht, was davor war, aber ist der dreimal aufgestiegen? Der ist mit uns in die dritte Liga aufgestiegen, der ist mit uns in die zweite Liga aufgestiegen, der ist mit Heidenheim in die erste Liga aufgestiegen, also das ist Erfahrung, die kannst du wirklich da, glaube ich, auch gewinnbringend einbringen, gerade mit den jungen Spielern, auch wenn es ans Ende der Saison geht, so eine Saison halt auch durchzuhalten. Also das ist meine Hoffnung gerade, so weit sind wir noch nicht. Ja, und er ist auch eine Persönlichkeit, mal ganz davon abgesehen. Also ich war auch am Anfang sehr, sehr skeptisch, was aber gar nicht so an der Personalie Geipel liegt, sondern ich einfach grundsätzlich bei so Rückholaktionen immer Bauchschmerzen habe. Aber das hat, ja, hat wunderbar funktioniert und wie du schon gesagt hast, sowohl auf, als auch sicherlich neben dem Platz eine ganz tolle Verstärkung. Ja, kann man nicht mehr dazu sagen. Ich würde noch einen Namen in dieser Aufstellung hier nennen und das ist Tobi Eisenhut, der auch zu Beginn der Saison eher der Bankwärmer war und eher hinten ran war, aber sich in den letzten Wochen vor allem dann mit seinem Tor in München und mit seiner Vorlage in Dresden, ich glaube, das war Ecke Eisenhut, ja, und jetzt auch für mich in Unterhaching dann verdient in der Start aufgestanden ist. Der hat sich sehr, sehr stark nach oben gespielt und ich freue mich auf das Jahr 2024 mit Tobi Eisenhut. Ich glaube, von dem werden wir noch viel sehen. Ja, und vor allem, er bringt halt eine absolute Standardstärke in dieses Team, weil ich meine, teilweise ist es ja echt peinlich, wenn er nicht am Platz ist, wie schlecht wir diese Freistöße an Ecken treten. Das ist ja unterstes Niveau und das hat mich nämlich in Saarbrücken auch aufgeregt. Deswegen habe ich, normalerweise frage ich sowas nicht und habe mir ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, das zu fragen, Messer in den Rücken und so, eben, warum Eisenhut nicht gespielt hat. Ich meine, wir hatten die letzten zwei Minuten in der Nachspielzeit, hatten wir noch drei Ecken, glaube ich. Der Wechsel halt verfickt doch mal den Eisenhut ein, nur um diese Ecke zu treten. Ist mir doch scheißegal, ja? Also, so habe ich es dann nicht mehr gesagt, weil ich wollte einfach nur seine Begründung hören, weil ich habe irgendwie gedacht, vielleicht ist er verletzt. Also, ich habe es mir nicht erschließen können, warum er nicht eingewechselt worden ist, aber du hast in Saarbrücken noch die Chance gehabt, das auch in der 97. Minute nochmal zu gewinnen und nutzt sie nicht, weil du denkst, die, die am Platz sind, sollen das regeln. Aber ich weiß nicht, meine Lieblingsserie waren damals die Kickers, da hat man den Sascha auch nur zum Einwurf eingewechselt. Und das hat mich schon geärgert. Wir haben ja eh das ganze Kontingent nicht ausgeschöpft. Ja, also Brücken, die Wechsel habe ich auch nicht verstanden tatsächlich. Ja, im Nachhinein vielleicht schon, weil er die Leute schonen wollte für Unterhaching. Also, er wollte offensichtlich zwei fitte Startelfs haben, aber ich kann ihn ja trotzdem noch vier Minuten einwechseln für die Standards. Und wenn ich ihn nur zur letzten Ecke einwechsel, weil die Ecken waren ja dann auch schon wieder geflächert, weil in seinem Brücken hat man glaube ich acht oder neun Ecken und die sind alle irgendwo hingerotzt worden wieder. Eine war gut, von Cota glaube ich, die wäre fast direkt gegangen. Ja, so eine kurze Verlängerungsecke, leichte Schönfelder-Kritik raus. Ja, wollen wir das Schönfelder-Fass jetzt aufmachen? Ja, bitte, mach das Schönfelder-Fass auf, aber ich denke mal, dass du genug Rage, dass ich es nicht machen will. Ich will gar nicht zu viel abranten, weil ich möchte einfach nur sagen, ich hatte letztes Jahr zwei Spieler, wo ich mich richtig gefreut habe, das waren auch Rückholaktionen, dass sie wieder kommen, das war Mees und Talhammer. Mees hat ja glaube ich sogar im ersten Spiel gleich ein Tor gemacht nach x Sekunden, also wirklich schnell. Das sah gut aus und dann war ich von beiden, vor allem von Talhammer noch mehr, am Ende maßlos enttäuscht, weil sie es einfach nicht auf die Straße gebracht haben und ich glaube, das lag hauptsächlich am Einsatz. Das lag sicher auch an unserer Abwärtsspirale und an dem Ganzen drumherum. Ich möchte jetzt nicht die Spieler allein fahren und dafür einen Abschied machen, auf keinen Fall. Da haben viele andere mitgeholfen, aber ich habe das Gefühl, dass der Schönfelder gerade so zu meinem persönlichen Talhammer dieses Jahr wird, weil er gerade die Situation hat, dass er eben auch nicht die Konkurrenz auf seiner Position hat. Leider wissen wir alle, dass Agi da nicht nur auf dem Platz fehlt, sondern natürlich auch menschlich sehr. Aber er fehlt halt wirklich auch im Kader auf dieser Position, weil wir eigentlich keine Alternative zu Schönfelder haben und das ist in jedem Managerspiel auch so, wenn jetzt hier dein Rechtsaußenspieler weiß, dass er der Einzige ist, quasi das kann und du keinen hast, mit dem du einwechseln kannst, dann spielt er scheiße. Ich sage jetzt nicht, dass Schönfelder scheiße spielt, aber ich bin einfach enttäuscht, weil ich von ihm so viel erwartet habe, genauso wie von Mees letztes Jahr. Ich dachte, der hat die übelsten Anlagen, klar, er hat eine riesen Verletzung, da haben wir alle ihm Zeit gegeben, er muss da wieder reinkommen, wer weiß, ob er jemals wieder professionelle Fußball spielen kann, gescheit kann er offensichtlich, aber irgendwie stimmt irgendwas noch nicht, vielleicht muss er noch mal eine Vorbereitung mitmachen, ich hoffe, es wird noch, weil er hat die Anlagen. Ich glaube, das habe ich vorhin so gesagt, für mich ist es einer der besten Spieler der Liga von den Anlagen, den hätten wir niemals bekommen in festverpflichtet in der zweiten Liga, ohne diese Verletzung. Aber in Saarbrücken, wenn ich mir anschaue, wir haben ungefähr drei, vier Spiele im Kader, die ich zutraue, einen Ball, der 20 Meter hoch fliegt, wirklich sauber runter zu stoppen. Schönfelder ist da ganz oben auf der Liste, mit meinem Gedanken zumindest, er hat es nicht geschafft. Also in der einen Szene, die ich mir da jetzt rausgepickt habe, aber das sind alles so ein paar Sachen, wo ich mir denke, irgendwas stimmt da noch nicht, vielleicht ist es eine Kopfsache, vielleicht ist es immer noch so die Verletzung, die ein bisschen zwickt, ich weiß es nicht, aber ich habe mir einfach viel mehr erhofft und deswegen finde ich auch, ist rechts außen die Position, wo wir am meisten handeln müssen in der Winterpause. Beim Sturm haben wir theoretisch auch noch junge Spieler beziehungsweise Garners funktioniert gerade, Hut hat ein bisschen funktioniert. Das kriegen wir vielleicht irgendwie aufgefangen, aber rechts außen sehe ich gerade wenig. Ich muss an dieser Stelle, bevor ich jetzt hier schon wieder Vorwürfe kriege, weil ich so viel rede, noch einen Auftrag erfüllen, den mir jemand aus meinem Bekanntenkreis gegeben hat. Eine Theorie, wie wir es auch machen könnten, du hast es vorhin schon mal gesagt, Fahrer nach vorne ziehen, heißt einen Linksverteidiger einfach holen, wenn man Brian Hain die Rolle nicht zutritt oder ein Backup für Brian Hain und es wieder mit Brian Hain einfach am versuchen und Benezalle auf rechts und Conny Faber davor. Halte ich persönlich nicht ganz so viel davon, weil ich Conny Faber mit Anlauf, sage ich immer so schön, von hinten einfach noch besser finde in dieser Liga. In der zweiten Liga, glaube ich, war defensiv nicht ganz auf der Höhe, dass es gereicht hat dafür. Wird dieses Jahr auch oft in vielen Situationen nicht reichen, wenn er nicht einfach dreimal so schnell wäre wie seine Gegenspiele. Wir haben auch ein paar Sachen defensiv, also ein paar Tore haben wir kassiert, weil halt alle im Strafraum umgestolpert sind und da ist Conny Faber auch mit umgestolpert defensiv. Also das, ein paar Mal hat man es gemerkt, aber hey, was er uns offensiv dieses Jahr gibt, wiegt das dann schon wieder auf. So, ich habe fertig. Ja, interessante Theorie auf jeden Fall. Aber bitte nicht diese Theorie, den Schönfelder denken. Ihr dürft jetzt auch was dazu sagen. Wir haben ja begonnen, so Salah rechts hinten und Faber weiter vorne, also das war ja kein ungewöhnliches Modell jetzt zu Beginn, aber das hat sich so gut festgespielt. Ich glaube, dass Bayer Leutzer den Bedarf links hinten nicht sieht mit Salah und Hain gerade. Hat er zumindest nicht gesagt. Also er hat ja in der Zeit gesagt, wonach sie suchen. Da war ganz klar die Aussage rechts und vorne. Also ich sehe den Bedarf hinten links ehrlicherweise auch nicht, muss ich sagen. Also ich finde, die Theorie hat was und hat was Schmeichelhaftes und ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wie du schon gesagt hast, war ja auch am Anfang der Saison so, aber ja, wenn es so läuft, wie es bisher läuft, dann würde ich da nichts daran ändern. Und wenn es keine Stürmer auf dem Markt gibt, gibt es auch keine linken Außenverteidiger auf dem Markt. Können wir wieder einen von Freiburg 2 leihen. Ja stimmt. Maxi Bräunig wäre ein Mann mit Potenzial in der Offensive, der auch schon jetzt die Chance von Christian Streich in Freiburg im Profikader bekommen hat, auch auf europäisch. Ich will keine zwei Bräunigs im Kader haben. Aber wir könnten den Stürmer, das kann ich als Turm überhaupt nicht. Nachdem wir den Linksverteidiger Bräunig quasi zum Innenverteidiger gemacht haben, könnten wir den Stürmer Bräunig zum Linksverteidiger umschulen. Achso, ja. So Weggesser-Style. Alle sind am Ende Linksverteidiger. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen rausgequatscht. Ihr wolltet alle noch sagen, was ihr von unserer rechten Offensive haltet. Naja, also du hast eigentlich alles gesagt, ich gehe, also ob es jetzt am Einsatz liegt oder ob es halt einfach das falsche Spielsystem für ihn ist oder ob es noch eine verschleppte Verletzung ist, aber er geht auch das Pressing nicht mit und das nervt mich am meisten, weil vorne, Ganaus zum Beispiel, reißt sich auch den Arsch auf, obwohl er vielleicht in seinem Gedanken uns Druck auch sagen müsste, eigentlich müsste ich ja mich schonen, dass wenn ich mal vom Tor stehe, quasi klare Gedanken machen kann. Aber es ist halt im modernen Fußball und vor allem in dem modernen Jahnfußball, jeder muss da ins Pressing gehen und Schönfelder meint halt oft, es langt, nur den guten Pass zu spielen und das geht halt nicht und deswegen sage ich auch, vorne, rechts braucht man unbedingt noch jemanden, weil vor allem ist leider Diawusi von uns gegangen, als er, finde ich, auch in seiner besten Phase war. Hat mir sehr oft gefallen, wie er da gewuselt hat. Und Schönfelder wuselt auch nicht. Darf man, glaube ich, schon dazu sagen, dass Diawusi ja schon in seiner Karriere, bevor er bei uns war, mal wieder auch Tiefen hatte und nicht klar war, ob er bei uns überhaupt einen Vertrag bekommt. Dann hat er eben Achim noch gekannt und dann hat er Probeteilung gemacht und hat sich da wirklich reingespielt in diesen Kader und war auch dabei, sich bei uns in den Stammkader reinzuspielen, hat mehrere Spiele von Beginn an gemacht. Und es wäre vielleicht auch die Ideallösung im Moment, ja, weil Schönfelder kannst du bringen, wenn die Gegner sich Handballen um den Sechzehner stellen, dann brauchst du jemanden, der vielleicht technisch stärker ist und wenn es eher auf Konter geht, brauchst du jemanden wie Diawusi, der halt quasi die Lücken schließt. Und ja, und Janik Graf kann ich überhaupt immer noch nicht einschätzen, obwohl er schon einige Minuten bekommen hat, welche Lücke er da aufmachen könnte. Er ist anscheinend versuchte, sehr solide zu spielen, keine Fehler zu machen, als junger Spieler, ja klar. Deswegen sage ich auch, auf der Position wäre es sehr stark, wenn Achim Beilorz da jemanden findet, dem er auch einen Zwei-Jahres-Vertrag geben kann, der eben auch Entwicklungsposenzial hat, der halt muss ja jetzt kein Stammspieler sein. Genau. Er sagt ja nicht, dass Schönfelder nie wieder einfach anspielen soll, sondern es wäre einfach gut, wenn du ihn von der Bank bringen kannst, der dann vielleicht auch mal einen neuen Impuls bringt und das sehe ich eben gerade rechtsaußen zur Zeit nicht so. Genau. Ob das halt im Winter der Markt hergibt, ist immer die andere Frage. Eventuell Überleihe. Ja, von einem Bundesligisten, Zweitligisten, ja weiß ich nicht, wenn ich einen Zweitligisten habe, wo der Spieler dann so auf der, ja, auf dem Abstellkleis ist, weiß ich nicht, ob der dann dir eine dritte Liga so viel bringt. Kein Kaliskana. Aber so ein Bundesligist, so ein Mittelfeld-Bundesligist, der dann rechtsaußen auf der Ersatzbank hat, der halt so mitschwimmt, warum nicht so eine dritte Liga holen, wo er sich beweisen kann, wo er auch zeigen kann, hey, ich kann und ich habe die Qualitäten, die vielleicht der Bundesliga-Verein von mir erwartet und das wäre, glaube ich, schon einer von diesem Charakter und von dieser Qualität, den wir schon brauchen könnten auf der rechten Außenbank. Bei Winterlein bin ich halt schon immer ein Fan davon, eineinhalb Jahre, nicht nur ein halbes Jahr, aber ein halbes Jahr Laie ist echt, kann es vergessen. Es würde irgendwie nicht so zu uns passen jetzt gerade in dem, weil wir haben wirklich das Team so auf zwei Jahre jetzt angelegt und klar, und viele sagen ja auch, ja, die Chemie ist jetzt gerade so toll, bitte stört sie gar nicht durch Neuzugänge. Kann man nachvollziehen, aber ich glaube auch, dass ein oder zwei Impulse nicht schlecht hätten und dann schauen wir halt mal, wie es, im Winter ist es immer schwierig, ich meine, wir wissen ja aus dem letzten Jahr, hätte uns vielleicht auch ein oder andere Impulse gut getan, wir haben gar nichts gekriegt. Man muss auch sagen, wir müssen den Winter erstmal einigermaßen verletzungsfrei überstehen, wir haben wirklich das Glück gehabt, wir hatten zwei schwere Verletzungen, das war kein Glück, das war wirklich schade, um Niklas Anspar, der zum Glück wieder dabei ist und um Hotman jetzt mit der schweren Verletzung. Vor allem im Training und nicht im Spiel, das Kreuzbandreißen, also da muss ja echt passieren. Habe ich auch geschafft. Ja. Im Laufdell mit unserem Dresselsprecher. Das war aber kein Training, das war das legendäre Geschäftsstellen-Kick, da ging es ja um Leben und Tod. Es waren so viele Spiele, wie ich jemals in meinem Leben erlebt habe. In einer Stunde hat man da tausend Hüfte von den Kalorien verbraucht. Ja, ich meine, du musst dich ja auch beweisen, das ist genauso, wie wenn du so ein Biertimpfelturnier machst, da gibst du immer dein Bestes, im Gegensatz zum normalen Ligaspiel, wo kein Mensch zuschaut. Aber wir waren relativ erschrocken, hatten ganz kleine Muskelgeschichten, die meistens nach einem Spiel wieder weg waren. Das ist schon auch ein Plus und das war mit unserem dünnen Kader ein Plus, weswegen wir in der Tabelle so dastehen, wie wir stehen. Und das ist eben, wenn wir eben jetzt nicht fünf neue Spieler holen, was wir nicht machen werden, ist die Kaderdecke auch im zweiten Halbjahr so dünn. Auch da müssen wir schauen, dass wir gerade durch den Winter mit Kunstrasen, Schnee, was auch immer, einige Mal lässt uns wieder durchkommen. Das haben wir die letzten Jahre nicht immer geschafft, aber ja, diese klassische Jahr-Winterseuche, die ich noch von vor zehn Jahren kenne, wo du jedes Jahr wusstest, du kommst mit fünf Verletzten aus der Winterpause. Weil wir am Aschenplatz irgendwo gespielt haben, bei Eisweinschollen. Das haben wir eigentlich jetzt nicht mehr. Also das ist nicht jedes Jahr zumindest. Das spricht ja auch in den letzten Jahren für unsere medizinische Abteilung, dass natürlich, ich meine, wenn du dich am Trainingsplatz oder am Spielfeld vertrittst und das Kreuzband reißt, da kann die Vorbereitung so groß sein, wie sie will, medizinisch oder auch physisch. Aber die medizinische Abteilung, glaube ich, macht da schon sein Ding mittlerweile in den letzten Jahren sehr gut. Doki jetzt auch mit seinem Kollegen da einen Wechsel, das glaube ich, das gefällt mir sehr gut und spricht auch dafür, dass wir kaum Verletzte haben. Und natürlich auch die Infrastruktur. Wir haben jetzt viel, viel mehr Regenerationsmöglichkeiten auf dem, ich sage jetzt mal, Campus selbst. Wir haben sogar eine Krüsauna, glaube ich, oder? Ich glaube schon auch, ja. Also es gibt, die Führung durch dieses Funktionsgebäude steht ja immer noch aus. Hannes. Hinweis an Hannes, was er zuhört. Ja, und Trainingsteuerung. Also gerade Athletiktrainer sieht dieses Jahr gut aus, was man so an Verletzungen sieht. Kommt von meinem Heimatverein, ich muss es immer wieder sagen. Haselmühle, oder was? Ja, Haselmühle. Hat mir letztes Jahr ja nicht mehr gefallen, nachdem wir, wer war es davor? Der, der, wo früher auch, der dann zu Augsburg gegangen ist und früher bei uns auch war mit dem Weinzettel. Da war es jahrelang, also da war es ja jahrelang sehr gut und dann haben wir jetzt eigentlich im Abstiegsjahr gehabt, mit einem, glaube ich, einen neuen Athletiktrainer und damit hat es nicht mehr so geklappt, muss ich einfach mal so sagen. Stimmt, ja. Genau. Da hast du wirklich gemerkt, dass da irgendwie von einem Jahr aus andere, vielleicht auch aus anderen Gründen, aber auf einmal hatten wir mehr solche Verletzungen, die wir schon lange nicht mehr hatten, gerade auch in so einer Winterzeit und es wäre schön, wenn das jetzt auch dieses Jahr, wenn wir da verschwunden bleiben, also wirklich, klopfe ich auf Holz, es wäre schön. Corona ist auch quasi so um, das heißt, ein Gollbodenfest ist dann auch nicht mehr so schlimm. Ein Gollbodenfest ist ja zum Glück schon vorbei. Ich schaue da ganz streng unseren Straubinger-Tourist an. Meider Menzel spielt auch nächstes Jahr. Schauen wir mal. Ja, ein paar Jahre ein Spiel haben sie in Guillermoos auch schon darum getrieben. Das fand es schon ziemlich aus. Das wollte ich aber trotzdem nochmal Joe Enox loben und den Achim Bayer-Lorzer, weil die es einfach geschafft haben, dieses Jahr ein sehr, sage ich mal, gutes Klima, sportliches Klima auch zu etablieren. Auch im gesamten Trainerteam scheint man in einem Strang zu ziehen. Das ist auch ein Erfolgsfaktor. Also ich glaube schon, dass die Spieler das vorgelebt kriegen müssen und sie scheinen es wirklich von der Geschäftsführung und vom Trainerteam vorgelebt zu kriegen. Joe Enox hat verlängert. Er lässt ein gewisses System spielen. Ja, das mal schauen, wie es funktioniert, wenn es mal ein paar Härten gibt. Aber die Spieler sind dabei und ich glaube, dass das natürlich auch, wenn nicht sogar der größte Erfolgsfaktor im Hintergrund ist, dass hinter den Kulissen auch wieder nicht nur ein Platz bedingt natürlich einander, aber dass das da auch vollkommen neu aufgesetzt wurde eigentlich und dann auch sich voll erfolge verpuppt hat momentan. Und vor allem auch sehr erstaunlich, eine Szene irgendwie, Unterhaching hat ja, also Magenta hat ja bei Unterhachingspiel 60 Minuten lang irgendwie die Bank gefilmt, also da konnte man echt viel sehen und da war auch irgendeine Situation, wo es bei uns in der ersten Halbzeit nicht so gelaufen ist, wo dann der Achim Bayer-Lorzer wütend zum Enox gelaufen ist und die haben sich dann ganz normal unterhalten. Also... Haben wir doch Geld bekommen, glaube ich. Genau, aber ich meine, es ist auch erstaunlich, dass es überhaupt funktioniert, dass der Sportdirektor quasi auf Augenhöhe während des Spiels mit dem Trainer diskutieren kann, ohne dass sie sich halt auf die Fresse hauen, ja. Also, und offensichtlich glaube ich auch, dass beide eben Impulse da reinbringen und keiner irgendwie, ja, dann gekränkt ist, weil mal eine andere Idee kommt oder so, sondern sie gehen halt wie erwachsene Menschen miteinander um und man möchte meinen, es ist normal, als Erwachsener es eben so zu machen, aber ich meine, wenn man das bei 60 und die anderen Chaos-Vereine sieht, dann würde ich mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass die manche Ideen einfach nicht umsetzen, bloß weil sie von der falschen Person kommen und das ist bei uns, glaube ich, wirklich nicht so und da im Fußball trotzdem alle irgendwie Alpha-Tiere sind, ist das schon brutal erstaunlich, dass es so harmoniert. Also, ich kenne einige Leute, die das sehr kritisch sehen, dass alleine, dass Achim quasi auf der Bank sitzt als Ex-Trainer und Einfluss nimmt, ich meine, Erfolg gibt uns gerade ein bisschen recht, ich glaube, der Erfolg hilft uns aber soweit auch, dass du halt da nicht so dieses Konfliktpotenzial hast, wenn du jetzt irgendwie in der zweiten Liga mit dieser Konstellation gegen Abstieg spielen würdest, kann diese Konstellation ganz andere Prozesse auslösen, wenn du dann sowas hast, wie mit Werner und Merzat, dass sie die beiden vielleicht personell irgendwie gar nicht mögen, also es ist wirklich, es ist schwierig, glaube ich, so eng zusammenzuarbeiten als Trainer und Sportdirektor, aber aktuell mit den beiden Personen funktioniert es, aber ich finde es nach wie vor, es ist schon zwei Scheine geschwert, aber wenn du es an der richtigen Seite anfasst, dann... Der größte Kritikpunkt, glaube ich, von den Leuten, den ich auch teile, ist, dass Achim halt gegangen ist, als das große Geld gewunken hat damals, wenn er jetzt sich quasi beweist und eben auch vier, fünf, sechs Jahre da bleibt, dann werden auch diese Leute die Meinung ändern, aber wenn er... Natürlich, wir steigen jetzt in die zweite Liga ab und es kommt wieder RB Leipzig und sagt, wir brauchen auch einen Sportdirektor und er ist so gleich wieder weg, dann wird man diese Leute nicht überzeugen können von ihm, also er muss sich jetzt auch in der Beziehung bewahren, aber wenn er uns in die zweite Liga führt, dann bin ich opportunistisch genug, es einfach anzunehmen, Danke zu sagen, aber lieben werde ich ihn dann auch nicht. Ja, Erfolg ist ja das beste Argument in dem Sinne, also Erfolg und Treue, basteln nach, Rainer. Ja, also man muss ja schon sagen, ich glaube generell auf dem Posten ist es noch schwieriger, durch Erfolg, durch kurzfristigen Erfolg, wirklich große Schritte zu machen, weil halt einfach nicht so oft Sport... Es werden schon oft Sportdirektor gesucht, aber nicht ganz so oft wie Trainer. Es werden irgendwie fünf Trainer bei manchen Chaosvereinen Prozessor verschlüssen und nur zwei Sportdirektoren. Aber ja, Christian Keller, weiß ich, hat Angebote ausgeschlagen, bevor er am Ende dann irgendwann bei Köln zugesagt hat, aber bin ich auch nach wie vor nicht überzeugt, dass Achim Beilautzer da jetzt hat, vielleicht nicht mehr das erste beste Angebot, aber ja, wer kann es ihm dann verübeln, wenn dann wirklich wieder irgendein Leverkusen oder sonst irgendwas um die Ecke kommt, weil die Grand Sportdirektion... Scheiß dich zu mit dem Geld. Ja, also am Ende ist es leider ein Geschäft. Ich bin dann auch enttäuscht, das ist auch das, was ich mir einfach gesagt habe, wenn es funktioniert, wie lange bleibt er? Aber ich hoffe einfach, weil in diesen Sportgeschäftsführer-Prozessen der Erfolg eben nicht so schnell belohnt wird und nicht so schnell diese Turnover-Rate ist, glaube ich, dass er uns zwei, drei Jahre erhalten bleibt, auch wenn er erfolgt, hoffe ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, das ist alles sehr im Konjunktiv. Echt? Echt, tatsächlich sehr im Konjunktiv. Vielleicht ganz kurz noch dazu eine kurze Anmerkung. Also ich finde es super, haben wir ja schon mal uns unterhalten, dass das Beiler zu uns auf der Bank sitzt. Ich finde das einfach klasse. Du hockst ja auch eher auf der West, wenn du im Fußballstadion bist. Ich kann tatsächlich jetzt da nichts dagegen sagen. Auch nochmal auf diesen Punkt zu sprechen zu kommen, dieses Unaufgeregte, klar, der Erfolg, ja, der Erfolg bringt das mit sich oder das eine bedingt das andere, aber diese Unaufgeregtheit ist, glaube ich, auch wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und um jetzt noch zu einem Schlüssel zum Erfolg zu kommen, ich glaube, und das ist auch die größte Arbeit jetzt für Trainer und Sportdirektor, dieses, ich nenne es mal ganz bewusst, Gespenst des Aufstiegs, das mit Spiel zu Spiel jetzt größer werden wird, sei es extern, sei es vielleicht auch intern. Man kann es ja gar nicht verübeln, wenn man, keine Ahnung, jetzt schon als Spieler denkt, oh, okay, mit, ich weiß nicht, wie viele Punkte, 10, 11 auf 12, auf Platz 3 oder... 12 absolut 9 virtuell vielleicht. Genau, 9 virtuell, weil, glaube ich, Essen noch ein Spiel weniger hat, wie auch immer. Und da zu versuchen, dieses Aufstiegsgespenst da aus den Köpfen zu bringen und wirklich so fokussiert zu bleiben, das, glaube ich, wird jetzt die größte Herausforderung. Und wenn das aber gelingt, dann, ja. Da bin ich voll bei dir und in meiner Glaskugel sage ich auch, egal wie groß wir diesen Vorsprung noch aufbauen, werden wir am letzten Spieltag gewinnen müssen. Also mein Traum wäre es in Freiburg, das ist, glaube ich, drei Spieltage vor Schluss oder vier. Wir hatten ja erstes Spiel in Freiburg, also können eigentlich zählen. Das letzte Spiel, der Hinrunde, Wasserbrücken, davor Viktoria, Köln, davor Freiburg. Also das drittletzte Spiel müsste Freiburg-Auswärts sein. Das ist mein Traum, Auswärts in Freiburg im Dreisamen-Stadion den Aufstieg perfekt machen. Das wäre schön. Am liebsten die Meisterschaft, weil ich will endlich mal hier was zu spielen bekommen. Warum denn auswärts in Freiburg? Ja, weil Auswärtsfahrer vielleicht auch hier Träume haben. Das Gespenst ist schon da, vertreibst du es jetzt einfach. Ich möchte darüber gar nicht reden. Ich will zu Ostern aufgestiegen sein, Punkt, aus, Ende. Robert hat sich eingeloggt. Schon lustig, wenn man sich den Podcast in dieser Saison anhört, die ersten fünf Folgen, haben wir jedes Mal gesagt, ja, hey, wir sollten nicht über Aufstieg reden, sonst irgendwie. Und jetzt ist der Flo der Einzige, der sich quasi... Ja, aber ich habe... Ich habe doch Naren. Die Erlaubnis... Vor Silvester über den Aufstieg reden. Nee, ich glaube, also, ich glaube... Wenn du in der ersten Halbserie schon die 45 Punkte für den Nicht-Abstieg klar machst, dann dreh ich durch. Also, das hast du erwartet. Ich glaube, dass dieses Wort, dieses Aufstiegswort jetzt so hier drin, auch bei den Fans, schon öfter jetzt genannt wird. Aber trotzdem, glaube ich, jeder weiß, mit diesem Kader, mit diesen jungen Spielern, es weiterhin passieren kann, dass du deine zwei, drei, vielleicht auch vier Spiele unentschieden spielst oder verlierst. Ja, aber ich meine, es sind neun bis zwölf Punkte, ja. Ich sehe es ja auch, wie du, wenn wir vielleicht tiefsportar bin, aber wir werden trotzdem die größten trotteln, wenn wir es nicht schaffen. Sorry. Entschuldige. Aber genau das ist ja der Punkt. Ja, genau. Die Fallhöhe, die ist riesig. Die wird ja immer größer und es ist auch ein junger Kader, der das vielleicht noch, oder viele haben das vielleicht noch nicht erlebt. Jetzt haben wir in der Hinrunde auch mit Glück viele Spiele gewonnen. Die können in der Rückrunde genauso gegen uns laufen. Also, das ist einfach noch so eine Wundertüte, aber diese Erwartungshaltung ist jetzt schon so hoch, was auch ganz normal ist, aber drum. Dieses, dieses, mit Glück, wir haben kein Phrasenschwein da. Du hast doch kein Geld am Tisch liegen. Wenn ich, jetzt sind es zwölf Spiele, dreizehn Spiele hintereinander nicht verliere, dann muss es nicht, also dann hat es schon auch mit dem Spielglück zu tun, dass wir in der Rückrunde letzte Saison nicht hatten, aber dann kann es nicht nur am Glück liegen, sondern dann liegt es auch daran, dass die dementsprechende Qualität auch im Kader war. Es liegt daran, dass wir die letzten 20 Minuten noch doppelt so gut spielen können wie unsere Gegner. Wobei, die letzten Spiele haben wir einen Haufen Tore in den letzten 20 Minuten gekriegt. Da war dann die Arroganz zu groß. Oder es hat uns verlassen. Nein, Quatsch. Spaß beiseite, also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall dieses Aufstiegwort jetzt in den Mund nehmen. Alles andere ist grober Quatsch, wenn du mit zwölf Punkten Vorsprung auf Platz drei dastehst als erster, souverän. Aber du musst halt auch klar sein, wenn du diesen zwölf Punkte Vorsprung irgendwie verkackst, dann wird es richtig dünn, weil alles bis auf Platz acht beziehungsweise eigentlich noch weiter runter ist in diesem Kampf um Platz drei mit drin. Ja. Also das ist gerade unser großes Plus, dass wir... Es geht fast bis elf runter. Das ist unser großes Plus, dass wir gerade so weit davon enteilt sind, aber sobald du da unten drin bist, dann kannst du am Ende auch Achter werden. Das wäre wirklich richtig dünn. Das wäre scheiße, weil DFB-Mokal ist schon fest eingeplant, finde ich. Ja, das ist auch das Minimalziel. Das habe ich, seit wir in Ingolstadt rausgeflogen sind, habe ich gesagt, hey, mein Malziel ist jetzt Platz vier. Ich weiß, wir müssen eine ruhige Saison spielen, bla bla bla, da hatten wir noch keine Siegesserie, gar nichts. Aber ich möchte in diesen DFB-Mokal und das wäre echt wichtig, auch für den Verein. Also ich habe mir tatsächlich jetzt die letzten Tage auch nochmal die Pressekonferenzen der anderen Drittliga-Teams angehört. Logischerweise auch die gegen Unterhaching. Da war, hat ja Marc Unterberger ganz klar gesagt, also der Jan-Aufsteiger Nummer eins. Also da geht es natürlich jetzt auch schon los in der Hinsicht. Kölner bei Ingolstadt hat auch schon gesagt, also um den dritten Platz wird es noch ein Hauen und Stechen geben. Ergo, Platz eins und zwei schon vergeben. Also das sind es halt alles auch, ja, von der Seite, ja, sagen wir es wie es ist. Mit Sicherheit auch, klar. Alle sind froh, dass sie auf einmal nicht mehr Favorit sind, wenn sie gegen uns spielen. Aber das ist halt einfach... Das ist die Frage, ob wir uns selbst jetzt mittlerweile die Favoritenrolle zuschreiben in den Spielen oder weiterhin. Das ist uns, glaube ich, scheißegal, weil das Gute an Joe Ennox ist, dass er nicht arrogant genug ist, zu glauben, dass unser Spielstil unantastbar ist, wie zum Beispiel... Also Jakobacci hat dann einfach vor der Pressekonferenz gesagt, mir ist scheißegal, ob der Dings bekommt, wir spielen so, wie wir immer spielen. Wo ich mir denke, was ist mit dir los, Junge? Und der Joe hat dann einfach... Wie gesagt, also man sieht es ja, er passt halt immer uns dem Gegner an. Und das finde ich sympathischer, auch obwohl wir sagen können, hey, ihr Pisser, wir haben 45 Punkte. Wir sind der Jan. Ihr müsst euch an uns anpassen. Aber das machen wir nicht, sondern wir gehen mit einer Grundformulation rein eben, schauen, ob es klappt oder nicht. Und wenn es nicht klappt, stell mal um. Und diese Arroganz, wir überziehen den Gegner mit unserem Spielstil, das haben wir nicht. Wann hat das beim Jahr in den letzten Jahren funktioniert, dass wir den Gegner unseren Spielstil abgedrückt haben? Nie, aber ich meine, Merzat das letzte Jahr hat stur immer an seiner Formation festgehalten. Egal, was passiert ist. Weiß ich jetzt auch nicht so. Aber ich meine, ja, aber wir könnten jetzt schon so tun, als wäre der FC Bayern, der dritten Liga und sagen, ja, mir egal, wer beim Gegner ausfällt oder nicht, wir spielen immer gleich, weil es hat ja funktioniert. Und es ist ja auch immer noch dritte Liga. Da ist es ja auch vermessen in dieser wirklich engen Liga. Und da ist auch für Joe Ennox ein Faktor, der fünf Jahre lang Zwickau trainiert hat in dieser dritten Liga und zuvor auch aus Er passt halt wie die Faust aufs Auge zu uns. was es in dieser Liga braucht. Wir müssen uns halt jetzt schon die restlichen 18 Spieltage auch in den Rasen bringen. Aber ich sage schon wieder Phrasen, ich höre ja auch gleich. Mit dieser Einstellung, die du gerade gesagt hast, mit dieser FC Bayern-Einstellung, wie du es genannt hast. Da würden wir auf den Arsch fallen. Mit der hätten wir keine 45 Punkte bekommen. Mit der wären wir gar nicht da hingekommen, wo wir jetzt sind. Klar, die Schlüssel, wir haben vorhin schon gesagt, möglichst verletzungsfrei bleiben und das andere ist halt, ja, irgendwie die Jungs am Boden halten. Aber wie wir auch schon gesagt haben heute, dieser Teamgeist, diese Mannschaft, auch die, glaube ich, hat dann genug Charaktere drin, die einerseits wissen, wie aufsteigen geht, aber die einerseits auch, ja, so ein bisschen Erfahrung haben und ich glaube da, dieser Teamspirit im Habende, glaube ich, hilft uns da schon auch ein bisschen. Ich bin schon sehr zuversichtlich. Es gibt ein paar Sachen, die richtig laufen müssen, aber du kannst diesen Vorsprung beziehungsweise diese Führung auf jeden Fall durchbringen und wenn wir in, ja, keine Ahnung, acht Spielen immer noch guten Vorsprung auf Platz 3 haben, dann können wir auch, ganz ehrlich, irgendwann über Meisterschaft reden, weil, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist keiner auf Eingang, ich will auf diesem Briefkopf endlich meinen gescheiten Titel haben, nicht nur Totopokal, Rekordsieger oder irgendwas. Gibt es da, gibt es da überhaupt eine Schale? Ja, es gibt was. Eine Schale, aber es ist so ein komischen Eisen. So ein Pokal, ja. Es gibt auf jeden Fall Silberware, den wir am Halbplatz hochhalten können. Also, wenn wir jetzt schon bei diesen acht Spieltagen oder so sind, würde ich da mal gerne auf die drei Spiele dann nach der Winterpause beziehen. Ja, genau. Also ich finde, das ist schon eine sehr gute Standortbestimmung und es ist auch noch eine englische Woche. Weil das ist zu Hause gegen Ferro, die in diesem Kampf und Platz 3 mit dabei sind. Das ist in Dortmund am Mittwochabend, die in diesem Kampf und Platz 3 mit dabei sind. Und dann kommt zu Hause Amine Bielefeld, die auch noch in diesen Kampf und Platz 3 einsteigen können, weil die haben die Qualität. Und aus meiner Sicht würde ich gerade sagen, aktuell eine absolute Wundertüte, die spielen absolut unter ihren Möglichkeiten, was die für Spieler eigentlich in ihren Reihen haben und sind irgendwo eigentlich im Abstiegskampf. Aber zuletzt wieder besser, glaube ich. Zuletzt wieder besser, klar. Und so eng wie die Liga ist, die können schon noch oben anglopfen, weil eben alles so eng ist. Ich muss auch in der Winterpause zwei, drei Leute wiederholen, Bielefeld, die auch Sandhausen, die werden alle nachrüsten. Also wenn du aus diesen drei Spielen sechs Punkte holst, bin ich zufrieden. Also ich auch, aber fünf wäre ich auch, glaube ich, zufrieden. Also ich hoffe sehr, dass du gegen Ferro gleich einen guten Start bekommst und gewinnst, weil die werden Batista Mayer zumindest nicht mehr haben, außer sie kaufen ihn von Dresden, was ich da nicht sehe. Meinst du, die längste Bar der Welt macht nicht so viele Einnahmen, dass man... Die längste Ticket der Welt ist eh der größte Hoax, den es gibt. Also das ist eine Riesenfrechheit. Aber egal, auf jeden Fall gegen Ferro... Wird auf jeden Fall ein 1889 FM-Meme. Also gegen Ferro solltest du wirklich gewinnen. Das wäre wichtig, auch weil, wie du sagst, dann wirklich noch deutlich schwerere Gegner auch kommen, wo ich Ferro jetzt nicht mehr ganz so dazu zähle. Die spielen guten Fußball, aber die müssen erst mal klarkommen, dass ihr bester Spieler weg ist, ohne den sie, ja, von diesen 39 Toren, die sie geschossen haben, wahrscheinlich 20 nicht geschossen hätten. Also nicht nur Scorer-Punkte, sondern auch wirklich, wie wichtig der Verspiel war. Dortmund 2 hat bei uns lange Zeit zumindest, war wirklich auch die Aussage, glaube ich, von Menschen in der Medienabteilung, den besten Fußball gespielt, den wir im Jahranschauung gesehen haben. Vielleicht sogar über die ganze Hinrunde gesehen. Also das... Da habe ich wirklich Schiss davor, gerade hier Mittwochabend Roterde. Gulli hat zu mir schon in Haching gesagt, ja, das bleibt wahrscheinlich an uns zwei hängen, der Auswärtsgulli. Obwohl ich eigentlich auch mal Rote Erde mitnehmen möchte. Ja, da müssen wir es noch streiten. Machen wir es zu dritt. Oder so. Medienbus wird nicht voll sein, schätze ich mal. Keine Ahnung. Und Bielefeld, boah, das ist dann fast ein Bonusspiel. Also Punkt wäre immer gut, aber die anderen beiden sind für mich so die Knackpunkte, um gut aus der Winterpause zu kommen. Gegen Bielefeld, da wird ja auch keiner hier großen Vorwurf machen, wenn du gegen die mal ein Spiel verlierst, weil, wie schon gesagt, von Dirkert, Michi, das ist halt auch eine Wundertüte, glaube ich. Dann hättest du beide Heimspiele gegen die Mitabsteiger verloren. Ja, vor allem, also für uns ist halt, also, dass du halt dann wirklich bis nach Dortmund tuckern musst unter der Woche, du hast halt nur Regenerationen an, du hast keinen einzigen Trainingstag, den du da reinstreuen kannst, das ist schon übel, also, da darfst du nicht in der Negativstudio geraten, weil den kannst du nicht mehr korrigieren. Ne, ne, also das, ist aber vielleicht auch ein bisschen der Kritikpunkt an den DFB, dass ich mit einer englischen Woche gleich nach der Winterpause rein starten muss. Aber die TV, gell, da, meinst du, das liegt daran, also, es liegt halt daran, dass wir 20, also, dass es 20 Mannschaften gibt, aber man hätte, also, ich finde es auch jetzt irgendwie komisch, gell, dass man den Dienstag und Mittwoch genommen hat, warum hat man nicht den Donnerstag und Freitag genommen oder sowas, also, ich meine, es ist ja dann sowieso Weihnachten, also, da hätte man den Leuten auch nochmal drei, vier Tage Regenerationen bieten können. Mittwoch, Donnerstag, glaube ich, wäre die bisher. Ich wundere es eh, dass wir nicht am 23. gespielt haben, haben wir die letzten Jahre auch schon. Oder so, ja. Also, da war es halt immer so, dass am Montag Weihnachten war, da haben wir am Samstag und Sonntag gespielt, jetzt hätte es halt nur den Samstag gegeben, aber hat mich ehrlich gesagt gewundert, wenn du schon hier diese vielen Spiele hast, ist vielleicht ganz gut, du kannst noch schön nach dem letzten Spiel eine Weihnachtsfeier machen, bevor Weihnachten ist und die Spieler ein paar Tage früher nach Hause schicken, aber, ja, es sind 20 Mannschaften, und ich finde trotzdem, es regt mich tierisch auf, gerade auch, was erste, zweite Liga betrifft, was wir die letzten Jahre gesehen haben, wie diese Spieltage mittlerweile unnötig zerpflückt werden. Du startest da irgendwie in der zweiten Liga, glaube ich, startest du gleich mit einer englischen Woche oder sowas und die Bundesliga kommt erst zwei Wochen später und in der Rückrunde ist dann genau andersrum, irgend sowas, einfach nur, damit Sky noch mehr Exklusivspiele hat, wo halt weniger Spiele gleichzeitig laufen. Ja, klar, dann gibt es ein paar Millionen mehr für die Europa-Pokal-Teilnehmer und ein paar Cent mehr für die anderen, aber das hat mich die letzten Jahre schon aufgeregt und deswegen bin ich da auch sehr skeptisch, wenn ich in der dritten Liga am Ende liegt es auch am Magenta normalerweise. Es ist halt einfach immer ein Moment, hey, wir haben ja unter der Woche auch noch Spiele und dann zahlt ihr zehn Euro mehr. Ja, und jeder Verein ist auf die zehn Euro leider angewiesen. Wenn wir schon bei Spieltagen-Kritik sind, es kamen ja heute bis zum 30. Spieltag alle Spiele raus, mit dabei auch Sonntag, Abend, 1930 in Duisburg. Das ist arbeitnehmerfreundlich. Vielen Dank hier an dieser Stelle an den DFB und ansonsten glaube ich alles sehr entspannt, meistens Samstag und englische Wochen gibt es danach, deswegen finde ich es also komisch, nach dem Dortmund-Spiel gibt es keine englische Woche mehr dieses Jahr. Stimmt, ja. Also das hätte man glaube ich ein bisschen strecker schauen unter der Woche. Gestimmt, dass der Champions League, dass die dritte Liga-Pöbel damit der dritte Liga-Pöbel in die Stadt gehen kann und Champions League schauen kann. Das Gaffel. Die sind kein offizieller Jahren-Sponsor. In die Bischofshof-Braustuben natürlich. In Charlander. Ja, wenn wir schon Boulevard sind, du schaust lieber im Gaffel. Oder im Bronto ist auch immer geil. Also beim Freundeskreis gibt es seit unserer Weihnachtsfeier vom Fanglub gibt es jetzt den Begriff Zaffel. Erst Gaffel, dann Zapp. Ah, okay. Obwohl ja in der 1889-FM-Sportsbar auch immer ausgebucht ist. Da soll es auch ganz gut abgehen, aber... Finde ich übrigens einen Wahnsinns- einen Wahnsinns- Wirtshauswechsel endlich mal da am Karl-Wach-Weg Der lebt es, ja. Der sich mit dem Jan identifiziert, mit dem man auch kooperiert, mit dem man auch ein bisschen Platz schenkt und sagt, hey, wenn ihr nicht auswärts fahren könnt, geht in die Sportsbar, reserviert euch einen Platz, da ist dritte Liga, Ich glaube, es ist glaube ich auch das, was dem Jan-Fan etwas die letzten Jahre gefehlt hat. Jetzt hast du wieder so einen zentralen Anlaufpunkt, auch am Trainingsgelände, wo du hast, hey, das ist die Vereinskneipe, kannst du reingehen, kannst du dir das Fußball anschauen, triffst die anderen Fans. Es ist eine sehr positive Entwicklung am Karl-Wach-Weg mit dieser 1889-Sportsbar. Ich meine, gegeben hat es davor auch, aber also... Die haben es nicht so gelebt. Genau. Und das war auch nicht gut. Also es war wirklich teilweise sowohl vom Service als auch vom Essen einfach nicht gut. Du musst da erstmal ein Konzept finden, das funktioniert in der Location und ich hoffe wirklich, dass es funktioniert diesmal. Ich bin auch sehr positiv beeindruckt von den drei, vier Mal, wo ich da war, also nicht am Spieltag, sondern eher außenrum. Aber ja, ich drücke alle Daumen, weil der Jan braucht das genauso sehr wie, noch mehr eigentlich als der Wirt. Das braucht, dass es funktioniert. Der Jan braucht da eine Wirtschaft, die funktioniert. und es ist echt nicht leicht an der Location. Also die ist undankbar, weil zu den Testspielen, da kommen vielleicht die Leute, dann ist ein halbes Jahr Ruhe, zum Training kommt keiner. Die Jugendspiele werden nicht so gut besucht. Immer besser, aber dadurch, dass die halt auch solche Events machen und ich habe ja dort unser Schafkopf-Turnier abgehalten, genau aus dem Grund eben, weil Support Your Locals und so. Und dann war am nächsten Tag, haben die ein Oktoberfest veranstaltet, wusste ich nicht. Ja, also die haben dann selber auch noch solche Events. Also kann ich auch nur empfehlen. Leider ist es auch unter Bischofshof. Aber die Location ist super und wie du schon sagst, also dem Jan ist nicht geholfen, dass da alle zwei Jahre der Wirt pleite geht, wenn die Konzession ausläuft oder wenn der Wirtvertrag ausläuft. Deswegen wäre es geil, wenn wir mit dem jetzt auch eine Ära gründen könnten. Ja. Ich meine, das Konzept ist ja schon auch so, dass, glaube ich, versucht die Spieler-Mamas irgendwie drin zu halten und noch hier günstig einen Teller Nudeln oder diese Stangele, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber du hast das große Problem, dass die ganzen Tuschleute hassen halt den Jahr mittlerweile, die wollen nicht hingehen. Die Stammtische sterben, glaube ich, langsam weg, die es noch gab und was hast du dann unter der Woche? Ja, genau. Also du musst irgendwie auch wieder diese Stammtischkultur irgendwie hinbekommen. Im Sommer ist es, glaube ich, einfacher, weil der Außenbereich auch ganz geil ist. Aber es ist halt auch ab vom Schuss. Du kommst halt nicht so oft hin. Ja, aber jetzt auch großer Werbeblock, unbezahlt übrigens. Vielleicht gibt er uns mal einen Weizen aus. Ja, dann weiß ich nicht. Also ich glaube, wir sind jetzt so weit abgeschweift, dass ich gar nicht mehr Fragen brauche, was war euer Spieler, also Top und Flop der Saison, oder? Weil ich meine, hat sich ja eigentlich rauskristallisiert. Oder wollt ihr es noch machen? Also mein Spiel in der Hinrunde war ja Bräunig, habe ich schon gesagt. Ich kann noch ganz kurz begründen, wir haben richtig gut angefangen in der Defensive. Die Defensive hat uns die ersten Wochen getragen. Entschuldigung. Schauen wir mich nicht so an. Entschuldigung. Das wollte ich noch anbringen, das habe ich voll nicht sagen können. Entschuldigung. Es wird auch zum Meme, dass du... Nee, aber halt. Unsere Defensive hat uns wirklich am Anfang so ein bisschen in den Arsch gerettet, als wir noch nicht so offensiv funktioniert haben und auch wenn hinten raus, zum Beispiel jetzt auch Garnhaus, richtig gut gespielt haben, Bräunig war für mich so die Konstante, der wirklich durchperformt hat. Deswegen ist er für mich Spiel in der Hinrunde, auch wenn emotional Conny Faber so mein Highlight ist, aber Bräunig für mich Spiel in der Hinrunde. Flo, du musst übernehmen, der Michi kann nicht, er lacht. Mein Spiel in der Hinrunde ist Rasimbulisch, bevor er ihn jemand anders nennt, weil er als Shootingstar entpuppt hat und unter den vielen Motivierten nochmal raussticht, weil er wie so ein Duracellhase anläuft. Ich nehme trotzdem auch Bulic, weil Kernassi zu Kern, von Kernassi zu Kernassi ähm ja, wie du schon sagst, also er ist glaube ich als potenzieller Platz 4 auf der Position gekommen und jetzt musste man das Spielsystem umstellen, bloß um ihn rein zu bekommen, das ist schon der Hammer, aber unterm Strich hat sich es natürlich irgendwie jeder verdient oder fast jeder. Dann nehme ich Gebhardt, weil der auch ein guter Torwart ist. Nee, jetzt hör auf. Dann kann ich sag du Gebhardt, dann sag ich noch jemand anderen. Nee, ich hab tatsächlich ähm nee, nee, tatsächlich nicht, für mich ist es irgendwie Elias Huth tatsächlich, der gekommen ist. Glaubt ihr doch niemand? Nee, nee, es war einfach der kam mit keine Ahnung wie viel Spielen ohne Tor und dann hat er eins geschossen. Dann hat er die ersten Spiele auch nicht überzeugt. Jetzt sind wir nicht so gehässig, wenn wir. Dann hat er die ersten Spiele auch nicht so performt, aber ich finde mittlerweile echt, das ist einer, den man ohne Probleme da vorne auf Stamm spielen lassen kann. Und er mag Kuchen. Er mag Kuchen. Das war auch als der Highlight dieses Jahr. Und nee, ich glaube, dass Elias Huth uns noch ganz viel Spaß bereiten wird in dieser Saison und für mich schon so einer, der so ein bisschen so unterm Radar hierher gekommen ist und ja, okay, er hat schon viel Erfahrung in dieser Liga und auch schon ein bisschen Zweitliga und irgendwie im deutschen Profifußball viel Erfahrung, aber irgendwie hat er nie so ganz überzeugt. Auch das letzte Jahr in Aue nicht und jetzt kommt er und man merkt einfach, er fühlt sich hier wohl und jetzt trifft er auch wieder und ich glaube, das kann noch ein großer Punkt im Aufstiegskampf werden, Elias Huth. Ich tue mich ganz schwer, aber ich... Hast du alle vier Spiele gesehen? Ja. Ich nehme den Cota aus zwei Punkten. Tatsächlich erstens, weil... Der Brownie, der das gesagt hat? Das wäre der zweite Punkt gewesen. Achso, Entschuldigung. Der Brownie tippt schon die ganze Zeit wild. Will dir nur helfen. Ja, also kurzum, das ist komplett subjektiv, aber immer, wenn ich den sehen, macht das Freude, Punkt eins und Punkt zwei. Ich glaube, da braucht man nur auf die Scorer-Liste schauen, dann erklärt sich das von selbst. Die jahnsinnige Dreieinigkeit, Dominik Cota, Elias Huth und Noah Ganaus, die drei Jungs, die uns in den letzten drei Wochen den Arsch gerettet haben. Ja, aber nur in den letzten drei Wochen. Dass Faber nicht genannt wird, ist halt einfach nur, weil er eh schon außerferner lief. Weil er für mich jetzt nicht dieser Überraschungsspieler war. Genau. Weil man eigentlich, er ist immer noch jung und er ist immer noch relativ... Weil er den Vertrag noch nicht verliebt. Ja, genau. Genau. Aber es ist halt einfach, man hat irgendwie von ihm das erwartet, dass er diese Führungsrolle einnimmt jetzt, dadurch, dass er schon länger beim, oder seit zwei Jahren beim Jan ist, und jetzt die jungen Spieler an die Hand nehmen kann. Und das war für mich so irgendwie, diese Position hatte er von Saisonbeginn an inne und hat er jetzt perfekt umgesetzt. Deswegen ist er für mich kein Überraschungsspieler und bringt seine Leistung genau das, was man von ihm erwartet hat. Ich finde auch, also ohne jetzt jemanden hervorheben zu wollen, aber das geht bei Faber gar nicht. Ich finde, er schwebt so ein bisschen über den Dingen. Also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ja, das ist halt einfach... Man erwartet es auch von ihm mittlerweile. Ja, das auch. Und du hattest ihn ja auch zu Gast im Podcast. Er ist halt auch neben dem Platz, sehr wichtig mit Grundsympathisch. Ja, menschlich eine absolute Einnahme. Grundsympathisch, also ja. Ich kann da eine Anekdote. Es war tatsächlich Conny Faber, mein primären Gast als Moderator bei mir in der Arbeit im TVA-Jahrenstudio. Und ja, du gehst da runter, sitzt im Studio, die drei Kameras um dich herum, Conny Faber vor dir. Ich geschwitzt und er nach der Aufzeichnungsende, na, fünf Minuten länger, dann wäre das Hemd durch gewesen. Und ich so, ja. Aber er hat, der ist einfach da drüben gesessen und hat mit dir gesprochen und der hat sich eigentlich komplett aus diesem ganzen, hey, Aufzeichnungen und Studien aus mir herausgebracht. Und das war für mich, sitzt dann anders gegenüber, wäre es anders gewesen. Aber Conny Faber bringt einfach dieses Menschliche, dieses Zwischenmenschliche. Als wärst du schon zehn Jahre mit ihm befreundet. Ja, ja, ist es so. Der geht zu mir her und gibt mir die Hand und gerade so, dass er mich nicht abknutscht wird im Spiel. Also ja, ist es so. Wir müssen übrigens noch auflösen. Du hast ja gestern auf Instagram oder vorgestern hier mit dem wunderschönen KI-Bild die Verlängerung von Conny Faber verkündet. Das war natürlich nicht ernst gemeint für alle, die es nicht gecheckt haben. Es war nur Wunschdenken. Es gab tatsächlich drei, vier Nachfragen, ob das jetzt ernst ist oder nicht. Ich dachte, das KI-Bild spricht für sich selbst. Er hat bei 1889 ein Film auf den Bierdeckel unterschrieben. Ja, das war so ein bisschen auch so mein Gedanke dahinter, weil es war ja der Tag der Weihnachtsfeier. Vielleicht unterschreibt er ja dann am Bierdeckel. Da hätten sie mal jemanden von uns einladen sollen, weil wir hätten es bestimmt geschafft, dass er auf so einen Bierdeckel unterschreibt. Er ist ja übrigens einer der einzigen, also das ist glaube ich, also der, der kein Tröpfchen trinkt. Echt? Trinkt er keinen Alkohol? Nee, trinkt keinen Alkohol. Da muss er auf MEP sein oder irgend sowas. Trinkt er keinen Alkohol? Bitte, bitte. Wer trinkt keinen Alkohol? Conny Farber. Ja, okay. Jetzt ist das schon wieder unsympathisch von Robert. Ja. Deswegen, dann bin ich doch wieder Fan von Andi Geipel, weil da weiß ich es ganz sicher, dass er Alkohol trinkt. Wenn ich den Vastel nach einer und Salah im Zelt gesehen habe, dann habe ich glaube ich den Conny Farber im Fahrgeschäft gesehen und das entspricht doch eigentlich des perfekten... Also er fährt lieber Feuerwehrauto, während die anderen trinken. Der war in diesem Ding, wo man, wenn man den Hebel hochzieht, die Gondel nach oben geht. Ich glaube langsam merkt man, Glühwein, jetzt hast du ja drei und vier. Ja, genau. Also ich hoffe, ihr vergönst es uns, dass es nicht die ernsteste Folge des Jahres war und ich muss jetzt beenden, weil der Michi will da schauen. Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich will noch ein Szenario in die Runde werfen, das können wir jetzt ausdiskutieren oder nicht. Mein Worst Case Szenario am 38. Spieltag im Jahr. Ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Ich habe es vorher angesprochen. Wir verspielen uns den Vorsprung, gehen in die Relegation und gleichzeitig eine Liga höher wird Hansa Rostock unser Gegner in der Relegation und es geht um Sieg oder Niederlage gegen Merz und Sebi Ligovic. Da geht es mir gar nicht um Merz und Sebi Ligovic, sondern um diese Scheiß Hansa Rostock und da haben wir auch noch nicht gut ausgesehen. Ich kann mich an keines Spiel von Hansa Rostock erinnern. Deswegen habe ich es auch immer vermieden, dort hinzufahren, weil da kriegst du immer auf den Sack, immer bei Kiel haben wir irgendwann mal den Fluch durchbrochen, aber Hansa Rostock glaube ich noch nicht. Ich glaube, das wird aus dem vorigen Grund nicht eintreffen, weil Rostock, bevor sie auf die Relegation kommen, werden sie nochmal den Trainer entlassen. Bin ich mir sicher. Erinnerung eigentlich auch noch saurichtig, wäre es mir eingefallen, jetzt während wir drum gequatscht haben. Wäre der Trikotsponsor? Ja, habe ich die Woche auch mal irgendwie rausgelesen, glaube ich, bei irgendeinem Beitrag von dir im Discord, wo ich mir auch gedacht habe, stimmt, Netto ist nicht immer der beliebteste Trikotsponsor, aber er zahlt halt und die Frage ist, was kriegst du als Alternative, wenn die irgendwie nicht verlängern wollen? Ich bin ein Wettanbieter. Bitte nicht. Also bin ich... Handmaker, gibt es die noch? Wäre ich nicht abgeneigt, schon eine Nettoverlängerung. Wäre auch ein gutes Signal grundsätzlich. Das ist ein... Das ist ein Unternehmen aus der Region, Naxhütte-Heidhof. Das heißt, es ist hier bei uns angesiedelt, voll mit dabei und ich glaube, der Gründer Rudolf Schies war dann auch mal im Aufsichtsrat vom SS2-Jahren. Für mich persönlich der perfekte Trikotsponsor, weil er eben auch halt die finanzielle Rücklagen hat, um uns dementsprechend da auch hochzubringen. Nur farblich, mag ihn der ein oder andere nicht. Sie könnten ein bisschen mehr Zugeständnisse machen, was die Farbgestaltung getroffen hat. Auf der Rückenseite des Trikots wäre es ja super. Also so, wenn man es nach vorne bringen könnte. Oder wir gestalten uns einfach ein rot-gerbes Trikot. Rot-gerbes Trikot? Ja, und ich habe mal geschaut, also die Alternativen sind auch alle nicht geil, weil es gab, glaube ich, bei... Wo war der Nettovorher? Bielefeld, Bochum? Bochum. Die haben ja dann mal die Eigenmarke von dem Energy Drink Action drauf gehabt. Die waren auch mal in Weiß auf dem Bochumer blauen Trikot. Da haben sie es gemacht. Oder so, ja. Aber dann hatten sie, glaube ich, da auch einen Personalwechsel oder sowas, was das Corporate Design betrifft und haben ja auch, glaube ich, ihre Farben ein bisschen geändert. Und seitdem sind sie da ziemlich strikt, was ich so mitbekomme. Und am Ende ist halt auch immer so, was Sponsoren machen würden, ist das eine, aber was da Jahren dann halt mit ihnen aushandelt, weil er halt vielleicht auch noch die paar Euro mehr haben möchte, ist halt das andere. Also wenn wir die Prioritäten als Verein halt da sehen, hey, wir leben nie über das Geld, als dass ihr uns da in Rot auf dem Trikot seid oder im Weiß, ja, dann ist das leider eine Vereinsentscheidung. Ich als linksgrün versiffter Gutmensch würde natürlich gerne einfach die Bio-Bio-Marke als Trikotsponsor von ihnen haben. Die ÖDP Regensburg können sie doch mal ein paar Euro drauf haben. Also auf der Bande haben wir sehr viel Netto-Bio-Werbung gehabt, glaube ich, so zu sagen. Genau, auf der Bande sehr, sehr viel Bio-Werbung. Da kann man sich schön einschießen mit dem Ball, was? Gut, dann die absolute Lieblingsfrage seit letztem Jahr. Was gibt es zu essen, Philipp? Zu Weihnachten. Dies ist ja ganz langweilig. Nichts groß gekochtes, einfach nur Brotzeit. Echt? Das ist ja echt langweilig. Du kannst ja auch bei McDonald's einkaufen. Bei uns seit Jahren am Heiligenabend traditionell wirst du mit Sagerat. Flo, was gibt es bei dir so zu Weihnachten? Da gibt es ein Gericht, das immer nur an Weihnachten gekocht wird, von meinen Großeltern noch übergeben. Also so ein schlesischer das Gericht. Aber mein Fokus an Weihnachten ist eh nicht auf dem Essen. Insofern, was? Sind es gut, aber halt mich da lieber mit anderen Dingen auf an Weihnachten. Was? Die Liebe, die Weihnachten. Hört sich so an, als wenn du den ganzen feinlich Abend durchvögeln. Geschenki und Alkohol. Ja. Ach so. Ach so. Es wird Zeit, dass die Folge zu Ende geht. Ich halte es mit Michael. Bei uns gibt es auch immer traditionell Würstel mit Kraut und das das macht mein Dad hingebungsvoll den ganzen Tag. Ja. Steht acht Stunden in der Küche für Würstel mit Sauerkraut. Das muss gut durchziehen. Du kannst ehrlich, vielleicht liegt es auch daran, dass er seit Jahren nicht mit in die Kirche will. Ich weiß es nicht. Er steht in der Küche, kocht da ein bisschen und haut sich so ein Flachmann noch ein bisschen. Ja, Kochwein, ein Glas für Sauerkraut, ein Glas für mich und so weiter. Sehr geil. Vielleicht. Ja, da wir, da Amberg ja quasi schon Franken ist, auch wenn ich immer, wenn es mich immer nervt, wenn Leute das so betiteln, weil es war mal die Hauptstadt der Oberpfalz und mein Papa ja aus Goxheim kommt, gibt es bei uns eher was Fränkisches und sauerne Zipfel. Ich weiß nicht. Sehr geil. Ich glaube ich in Bayern, in verschiedenen Regionen wird das auch gegessen, aber hauptsächlich da in Franken. Und ich habe es immer verschmäht. Ich habe meine Mama immer gesagt, ich will auch lieber Bratwürste und Sauerkraut und irgendwann hat es umgeschwenkt, dass ich es auch geil finde. Und Geschenke auch alle beisammen, habt ihr schon. Ich bin heute acht Stunden in der Küche gestanden für Geschenke. In der Küche? Ja, ich mache meine Geschenke mittlerweile selbst. Wie geht doch den Magen. Oder hast du so ein Tonset für Anfänger? Oder ist Raclette vorgekocht? Wenn ich nicht begabte. Ist vorgekochtes Raclette. Ich habe schon mal Käse drüber. Dann dauert es nicht so lange. Nee, tatsächlich alle Geschenke fertig. Ja. Meine Begabung mit irgendwelchen handwerklichen Sachen ist nicht besonders groß. Auch in der Küche, glaube ich, könnte ich schneller sein, wenn ich begabter wäre. Beziehungsweise Informatiker-Problem. Das letzte Geschenk, es ist da und wir haben es, aber es liegt noch bei einem Kumpel und jetzt muss ich nur irgendwie in den nächsten zwei Tagen herausfinden, wie ich es wohl kann. Sowas hasse ich. Ich muss noch einpacken, weil ich heute vergessen habe, Geschenkpapier zu kaufen. Ich muss das Geschenk für meine Freundin auch einpacken und die Firma, bei der ich das bestellt habe online, war auch so nett, dass ihr den Firmennamen ganz fett außen auf dem Karton drauf schreibt. Meine Freundin hat das Paket abgenommen und da war ich auch sehr begeistert. Also die Überraschung ist quasi schon, ja, sie denkt, sie kriegt hier einfach eine Kugel Eis und das ist doch was anderes. Nee, Quatsch. Das ist doch was ganz anderes. Aber ja, ganz schöner Quatsch-Podcast, aber ich glaube, ich bin schuld dran. Ich glaube, du bist schuld, du stellst die bösen Fragen. Setz irgendwie so Bookmarks oder so, dann kann man es überspringen. Ab hier nur noch coole Tage. Also normaler Content, 13 Minuten. Setz irgendwie so Bookmarks nach, wann wurde welche Taste der Glühmang getrunken. Eine Tasse, zwei Tassen, drei Tassen. So, dann von meiner Seite frohe Weihnachten, wenn ihr es noch vor Weihnachten hört, wenn nicht. Ich hoffe, es war geil und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich habe keine Ahnung, wann die nächste Folge kommt. Ihr werdet es sehen und danke für eure Unterstützung. Der Unterstützer-Dag kommt von meiner Seite, aber noch reingeschnitten am Ende. Ja, kann ich nur anschließen, auch von mir. frohes Fest, guten Rutsch schon mal und auf ein erfolgreiches Jan-Jahr 2024. Schöne Feiertage und noch kurz nice. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und nicht ausrutschen. Ich hoffe, mir auch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Du willst nicht noch irgendwas sagen und sie geben nicht auf. Servus. So, und am Ende jetzt noch ein fettes Merci an alle Spenderinnen und Spender. ja, im letzten Jahr. Es ist Wahnsinn, wie sich 1889 FM entwickelt hat. Auch nur durch euch. Da können wir, glaube ich, alle gemeinsam sehr stolz sein und ja, ich habe nicht zusammengezählt, wie viel Geld es war, aber man muss halt auch sagen, mir hilft es enorm weiter. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. als Selbstständiger ist es bei mir oft so, wie jetzt auch. Ich habe drei Monate fast keine einzige Rechnung überwiesen bekommen und jetzt im Dezember endlich mal wieder ein paar Eingänge von meinen Kunden bekommen und in der Zwischenzeit muss ich halt auch oft Miete, Krankenkasse und weiß der Teufel Servergebühren zahlen und die müssen ja irgendwie durch laufende Kosten gedeckt werden und es war schon das ein oder andere Mal, dass eine Überweisung und auch oder auch die Steady-Gelder mir den Arsch übers Monat hinweg gerettet haben. Deswegen fettes, fettes Merci an jeden oder jede, der die ja für 1889 FM spendet. Mir hilft es tatsächlich sehr weiter und gibt mir auch ein bisschen Sicherheit eben ja auch rum zu experimentieren. Oh, genug geschwafelt und jetzt zu den Dank an euch. Ralf Werner wünscht eine schöne Adventszeit und er hat auch schon vorher überwiesen, aber wir haben jetzt schon so lange oder ich habe jetzt schon so lange keinen Unterstützerdank gemacht, dass er auch zur Faschingszeit Kölle-Alarv gewünschen hat, das noch nachgereicht. Dann die treuesten Spender, seitdem es 1889 FM in der Form gibt. Paul und Sonja aus Vilshofen haben auch wieder zweimal einen richtigen Batzen Geld überwiesen. Danke für eure Großzügigkeit. Wenn ihr bei der nächsten Spende eure Adresse reinschreiben würdet, würde ich euch ein ganz kleines Dankeschön-Paket schicken. Also schreibt mal eure Adresse in den Überweisungsbeleg und dann gibt es was Kleines zugeschickt im neuen Jahr. Der Basti hat auch zweimal gespendet in dem Zeitraum. Wir kennen uns ja auch persönlich. Danke dafür. Und alle Dauerspender wie den Phil, den Tom und natürlich alle Steady-Abos. Fettes, fettes, fettes Merci. Ich hoffe, es geht noch so weiter im nächsten Jahr. Und ja, ich hoffe auch, die Weihnachtsfolge hat euch gefallen, auch wenn sie ein bisschen ein Schmarrn war. So, jetzt auch in der Stelle nochmal frohe Weihnachten, guten Rutsch, danke an euch, tschöbüdö. Geheimnis! 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 Geheimnis!